einen wunderschönen guten tag herzlich willkommen hier zum heutigen live let's play live stream play herzlich willkommen zum stream tag es geht wieso bin ich schon wieder unscharf ich weiß nicht so jetzt ne ne doch oder nicht keine ahnung die kamera ist verwirrt kann man mal sagen die kamera weiß nicht nur 40 zuschauer was da los keine ahnung als ich eben also ich habe eben die news also die wwe news ausgabe als premiere gestartet und hatte 750 live zuschauer in den zehn minuten das ist schon echt krank aber hat nichts damit zu tun dass wenn du jetzt auf youtube streamst nein wenn ich auf youtube stream würde dann hätte ich genauso viele zuschauer wie jetzt hier weil das sind halt nicht die news ja die leute wollen die news sehen und wollen nicht mich kackspasten sonst für den rest des tages ertragen das sind nur die ganz kranken leute also du deswegen vielen dank dafür gott zum gruß acht scheiße freunde brust erst mal machen wir mal ein runde gut kick in die runde so ohne der nacht so langsam trudeln die zuschauer ein dann passt das doch an sich geteilt habe ich es wie immer ich habe sogar den fake stream laufen oder ist ja kaputt aber scheinbar haut mit dem fake stream auch irgendwas nicht hin weil ich habe auf diesem fake stream nur ein live zuschauer und das ist ja und überhaupt gewesen das heißt das kann schon sein dass hier irgendwas nicht richtig geteilt wurde weil eigentlich hatte ich bei diesen fake streams immer 30 zuschauer die sich halt da denn das bild angeguckt haben und da das jetzt nicht so ist zeigt ja das schon wieder irgendwas mit der abobox da nicht richtig hingehauen hat ich kann ja mal auf meinem gaming kanal auf abos gehen mal gucken wie das aussieht ja da sieht man es da ist von diesem stream von diesem fake stream nichts zu sehen das ist natürlich scheiße aber erklärt natürlich alles ähm hm stoppe ich den jetzt nochmal und mach den nochmal an aber ich glaube das wird nichts daran ändern der fake stream äh startet nett so das heißt für mich also mal einen kurzen post in den community tab damit die leute auch bescheid wissen bescheide wissen green davis angekündigt mit ankündigung freund sehr geil dankeschön für den support das freut mich so so dann mache ich auf jeden fall mal so ein post in community tab und hoffe dass das irgendwas bringt aber der fake stream wird nicht geteilt abobox ist also mal wieder on point die tut einfach ihren job oder auch nicht so ab robbie bubble nehmen ja so post grüße gehen raus ich habe erst gedacht rob bubble aber auch nicht schlecht ähm ja keine ahnung ob hier noch irgendwas kommt oder was hier generell los ist bei dem stream ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ähm hm ich finde es jetzt natürlich ein bisschen dumm aber ich kann es jetzt noch nicht mal ändern oder das ist jetzt blöd ich könnte ja den fake stream wieder ausmachen und es in zehn minuten nochmal probieren musst du mich aber daran erinnern so sonst habe ich das vergessen bis dahin ähm scheiße radtour heute auf freunde gehört wo sing kuhweide wo vielleicht nicht angerannt kam ach mensch du kannst aber auch ein bisschen was tun nicht knack sie schwing dich mal aufs Rad und dann geht das los du hast wenigstens noch ein Fahrrad denkt immer dran denkt immer dran wenn ihr euch aufs Fahrrad setzt Martin hat keins mehr ja das könnt ihr euch gerne äh könnt ihr euch gerne nehmen um euch besser zu fühlen deswegen ähm liebe grüße von der Tamara sie ist großer großer Fan von dir ja okay Micha dann grüße zurück weiß ich was du mit ihr zu tun hast aber okay ähm YouTube soll angeblich in der Nacht vor Mittwoch zu einen großen Ausfall gehabt haben ich bekam nichts davon mit ja da haben wir gerade ähm Smackdown Live Rations gemacht da kamen hier alle Leute völlig aufgelöst rein oh my god YouTube is down und äh ja aber kurze Zeit später war YouTube wieder da deswegen ja so viel zu dem Thema äh Chris Prince haut hier 3 Monate Theresa Braus A Senior 23 Monate Theresa Braus und Green darf es auf jeden Fall ganz frisch am Start so das glaube ich eher weniger keine Ahnung auf was das bezogen achso schön stream heute ich seh dich am Samstag im Ring ja Dynamite Dave ich denke auch ich weiß noch nicht ob wir die Card äh ob wir die Card spoilern dürfen aber sowie zu dem Thema ähm hab bei Assassin's Creed schon angespielt damit ich nicht gespoilert werde das ist natürlich eine kluge Sache ich werde heute eh äh nicht hinterher kommen was sagst du zur Smackdown Episode Green da bist ich sag dir jetzt folgendes du bist ja jetzt Abonnent weißt du du kriegst jetzt jede Woche jede Woche exklusiv nur du nein alle anderen Abonnenten auch aber exklusiv jede Woche zwei separate Videos äh wo ich nochmal über Raw und nochmal über Smackdown direkt rede das heißt meine komplette Meinung zu jeder Woche Raw zu jeder Woche Smackdown gibt's hier auf Twitch nur für die Abonnenten ähm und äh ja also falls irgendwer nicht Abonnent ist der heute hier im Chat ist erstmal Frechheit und zur zweiten Sache es gibt keinen Grund meinen Kanal nicht zu abonnieren Punkt aus Ende gibt's einfach nicht so nennt sich auch Review ganz genau so hab das Spiel in 70 Stunden durchgespielt okay so lange werde ich nicht brauchen hoffe ich so 20 Monate Reset von der guten Truni im Stufe 2 sogar das ist natürlich wunderbar äh da könnte man jetzt sagen ich küsse deine Augen aber ich glaube da hat dein Freund was dagegen ähm aber vielen Dank auf jeden Fall Truni für den dicken Support ähm hast du meine Frage gelesen soviel zu dem Thema vielen Dank Jikris für deinen Beitrag hier heute im Chat keine Ahnung was du von mir willst aber du weißt doch wie es läuft du weißt doch wie es läuft die Aussage hast du meine Frage gelesen ist einfach das bringt mir gar nichts weil mit Sicherheit Sicherheit ähm das Cover von Assassin's Creed ist unterschiedlich einmal der Typ und einmal die Tussi Gott sei Dank ich hab den Mann drauf ho das hätte äh jetzt natürlich schief gehen können gut oder nein nicht dein Ernst look at this ist das der Typ oder ist das die Frau jetzt können das ist die Frau oder ich meine die sehen fast gleich aus das ist die Frau kann jemand mit mir bitte die Cover tauschen Katze hat das ist die Frau leck mich das schicke ich zurück Amazon das geht zurück an dich so ein Schrapel aber wie schlimm wäre das wenn ich jetzt im Spiel nicht mal die Möglichkeit hätte das zu tauschen also wenn ich jetzt ja du hast das Spiel mit der Frau drauf gekauft also viel Spaß mit der Frau ja das wäre auch krass aber ja denn halt so warte mal stopp stopp jawohl Wendekover Freunde ich hab mich schon beschwert warum zur Hölle es ein Wendekover gibt wenn die beide genau gleich aussehen jetzt weiß ich's jetzt weiß ich warum es ein Wendekover gibt weil auf der einen Seite die Frau drauf ist und auf der anderen der Mann ah Freunde Mann gleich umtauschen so Mensch ich hab mich schon gewundert weil meistens gibt's das Wendekover ja immer ähm wenn es eins gibt halt ohne USK Logo aber es war auf beiden Seiten das USK Logo drauf und da ist schon gedacht hey was ist denn das für ein Quatsch ähm aber so Freunde macht das natürlich Sinn das ist aber schon wieder cool finde ich das ist jetzt schon wieder cool ähm so hat dir das gefallen mit dem Anathaker ja das war äh lustig das war wie mein äh Sex schlecht und kurz grüße an meine Freundin gehen raus so die Frau ist aber nice schreibt Origi ähm das kann sein aber wir spielen doch nicht mit der Frau rum Freunde was soll denn da passieren beiden rückwärts können nicht einparken das ist sexistisch halt die Fresse putzt die Küche an okay das ist wirklich sexistisch aber ähm wir äh dürfen das ich hab da nämlich einen Darfschein äh ich weiß zwar gar nicht wo da liegt aber ich hab einen Darfschein die Herren der Schöpfung übernehmen wieder besser als das so ähm naja hab sie vorhin im Chat gesch- was hab sie vorhin in den Chat geschrieben Alter vorhin vorhin ist okay kann sie da nochmal stellen wer hättest es und zwar gibt es schon die genauen Termine für die Paypal Games 2019 äh nö gibt's noch nicht es gibt nur WrestleMania glaub ich oder äh Rumble Royal Rumble bis WrestleMania glaub ich kann sein dass da was kommt aber naja Lara kann aber was stimmt hierzu Lara Croft wenn du das sagst so Kinder äh wir spielen auf jeden Fall heute Testes Krieg ich werde jetzt mal den Fake-Stream nochmal starten wir probieren einfach nochmal unser Glück und gucken mal ob der denn auch jetzt endlich mal in der Abo-Box auftaucht aber ich schätze mal nett so Stream wird gestartet äh mal gespannt mal gespannt sein ob da was kommt so der Livestream hat begonnen das seh ich ja gleich wenn hier gleich Leute drauf klicken ähm nur gehört dass der Rumble in Phoenix stattfindet okay das ist ja schon mal was ähm ich hab beides abgespielt erst Mann dann Frau und beim Mann geblieben mit der Frau das geht gar nicht das schreibt Truni als Frau Freunde ja ich wills nur mal sagen ich bin hier nicht sexistisch ja bei mir gibt's keine Unterschiede doch ähm der Fake-Stream geht nicht raus geht nicht in die Abo-Box Freunde was ist da los was ist da los was ist da los komisch äußerst komisch dann muss ich ja nochmal so ein scheiß Video machen ey muss ich nochmal so ein scheiß Video machen damit die Leute auch alle Bescheid wissen mhm so Freunde dann machen wir das mal eben fix er hat Picke gesagt so einen wunderschönen guten Tag herzlich willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo ich bin gerade live und zocke eine Runde Assassin's Creed Odyssey das heißt du klickst jetzt auf den Link in der Videobeschreibung du brauchst dich nicht anmelden du brauchst nichts bezahlen kommst einmal vorbei und hast Spaß ja wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwas was dir auf der Seele brennt dann klick dich gerne in den Chat schreib rein und äh wir besprechen das Thema Doktor Sommer ist wieder am Start Freunde bis gleich so ach das ist ja alles immer ein scheiß Video ein Zuschauer ist jetzt in dem Fake Stream wie auch immer er da reingekommen ist so der Rossi vielen Dank für deinen 8 Monate Reset und der gute Bash ist schon 15 Monate am Stizzle sehr sehr nice Freunde ähm ja mir wird zwar der Livestream in meiner Liste hier angezeigt in meiner Videoliste aber nicht in der Abo-Box nochmal ne ok bin mit meinem Gaming Kanal immer drin und kann dann gucken wie die Abo-Box aussieht aber nein jetzt ist nichts drin so jetzt muss ich das Video hier hochladen nebenbei noch ähm spielst du bei 2K19 auch den Career Mode ja spiele ich auch aber im Moment äh finde ich den semi geil deswegen äh lasse ich das gerade aber ich habe den schon angefangen und spiele den auch hin und wieder äh Royal Rumble am 27. Januar Wrestlemania am 7.04. und SummerSlam am 11.08. guck mal da haben wir doch schon mal ein paar Infos vom Black Evil ähm so gut ist äh ähm äh ähm das ist jetzt die Rumble laden so so und so Es geht. Heute mal kein Raid. Heute mal kein Host. Einfach mal einen Zehner rausgeballert. Nice. Warte, ich lese das gleich vor. Ich muss nur kurz hier das Video anschnebeln. Jetzt aktualisiere ich wieder meine Abo-Box. Und das Video ist drin. Da fragst du dich doch. Da fragst du dich doch. Das ist alles Müll. Ein absoluter Müll. Egal. Gut, dann mache ich jetzt den Fake-Stream aus. Dann können wir mich mal alle liebhaben. Zu, zack, boom, bam, bim, so. Dann werden jetzt bestimmt noch ein paar Leutschens dazukommen. Ich finde ja den Career-Mode blöd, wenn man seine Karriere selbst nicht beeinflussen kann. Ja, man hat halt einfach sich dazu entschlossen, jetzt mal so eine durchgeskriptete Story zu ballern. Ähm, naja, der Story-Modus ist eh nicht meins. Äh, deswegen, Freunde, spielt einfach den Universe-Modus. Da habt ihr richtig Spaß. Äh, ja. Hülle haut übrigens den Zehner raus und schreibt, Amazon zickt rum wegen Battlefield 5. Muss mir das Spiel irgendwie anders besorgen. Was heißt das? Wann kommt denn Battlefield 5 und warum zickt Amazon da rum? Das verstehe ich nicht. Warte. Battlefield. Wo kommt denn die Scheiße raus? Der Tower-Modus ist mir zu leicht. Oh, Knacksi. Yo, mir nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Heute eine Stunde gejoggt. Sehr gut. Ist bei Manin und FIFA auch so. Äh, ist bei Manin und FIFA auch so. Achso, weil der Career-Modus scheiße ist? Ja, ja. So, Amazon will nicht von meinem Konto abbuchen. Ja, keine Ahnung warum. Vielleicht haben die irgendwann mal abgebucht und da ging was zurück. Weiß ich nicht, was da los ist. Vielleicht mal Amazon-Support anrufen. Aber an sich müsste das eigentlich gehen. Spiel ist ab 16. Muss ich auch noch vorbestellen. Aber ich habe in der letzten Zeit so viele Spiele gekauft, Freunde. Das ist, äh, ganz schön ins Geld gegangen. Die ist ganz schön ins Geld gegangen. Dann habe ich mir noch eine, äh, eine Smartwatch geholt. Die ist auch ins Geld gegangen. Und, äh, ja. Seit gestern weiß ich, dass ich, äh, demnächst 3.700 Euro, äh, ähm, Steuern nachzahlen darf. So viel zu dem Thema. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber, ja gut, äh, Steuerschulden sind Ehrenschulden. Kann man so sagen. Ähm, aber ja. Kommt erst neu immer raus. Ja, das bringt mir aber jetzt auch nichts. Das Geld, äh, muss trotzdem bezahlt werden. Ähm, so, okay, nass. Ähm, jo, gut. Äh, NXT UK kam heute raus. Ich habe angefangen zu gucken, ähm, und scheint auch nur, also ich habe auch nur Gutes davon gehört. NXT UK auf jeden Fall heute Nacht ausgestrahlt wurden auf dem WWE Network. Falls ihr also heute nach dem Stream noch ein bisschen Zeit habt, dann gebt euch das. So. Habe vor Jahren Prime ausprobiert. Wollte Prime buchen, aber das System will immer Probe geben. Support meldet sich bei mir, wirft mir Betrug vor und droht mit Kontosperre. Okay. Hm. Tja. Dann weiß ich auch nicht. Fand ich gut. Sehr gut. Was zockst du denn demnächst? Äh, noch demnächst. Ähm, also erstmal zocke ich Assassin's Creed Odyssey. Dann. Da kann ich mal den Code einlösen. Code im Deckel. Ja, klar ist das zu empfehlen. Wie fandst du Call of Duty Black Ops 4? Nice. Ich habe die letzten Tage, ich habe es am Montag gespielt, und die letzten Tage hat es mich immer echt krass in den Fingern gejuckt. Ich will eigentlich weiter spielen, aber ich kriege es nicht hin, einen Livestream, einen spontanen Livestream zu zünden mit dem Spiel. Okay, ich weiß nicht, wann ich das spielen soll. Aber Call of Duty ist auch eine feine Sache. Und ich habe jetzt das Kabel hier, was ich gebraucht habe, um wieder mit euch zocken zu können. Damit man euch auch im Stream hört. Das heißt, wir können dann demnächst auch wieder Community zocken machen mit dem Spiel. Ähm, so, warte mal. Ich gebe jetzt hier nochmal einen Code ein, denn ich habe von den großartigen Leuten von 2K, habe ich das neue NBA 2K Playgrounds 2 bekommen. Auch das werden wir hier anzocken. Ähm, wir haben Call of Duty, wir haben FIFA, wir haben Madden, wir haben alles Mögliche. Wir haben WWE, wir haben einfach so viel zu zocken. Das ist schon abartig. Deswegen, äh, Red Dead Redemption kommt nächste Woche raus. Oder sowas. Das, weiß ich auch nicht, wann ich das spielen soll. Also, es ist alles wirklich sehr, sehr schlimm. Mit den aktuellen Releases. Das ist, man kommt einfach nicht hinterher, den ganzen Scheiß ins Zock. So, äh, ich gebe jetzt hier gerade den Code ein. Und okay. Ähm. So. Ähm. Und dann fangen wir auch gleich an, weil bestimmt auch ein paar Leute im Stream jetzt. dabei sind. So. Gucken wir mal. Okay. 2K Playgrounds Pre-Order Unlock Key. Nehmen wir. So. Red Dead Redemption. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch spielen. Jetzt müssen wir Xbox-Avatare verfügbar. Ist ja auch geil. Guck mal. Okay. Platzhalter-Bilder hier einfach mal in dem Dings mit drin. Wie viel habe ich verpasst? Noch gar nichts, Sascha. Noch gar nichts. Hi Julius, grüß dich. Bitte nicht spoilern, hab noch nicht geguckt. Jo, kein Problem. Aber Red Dead Redemption werden wir auf jeden Fall dann auch suchten. So. Und wie kann ich jetzt hier meinen Typen bauen? Oder was? Alter. Naja. Hier. Da wollte ich doch drauf gehen. Ich wollte mir doch einen Avatar bauen. Herunterladen. Nö. Oben links übrigens in der Ecke. Da ganz oben links sieht man nicht so gut, weil da dieses Scrabble-Dubriss. Und da ist mein aktueller Avatar, mein Xbox-Avatar, noch schick mit Anzug und so. Geiler Typ, muss man sagen. Geiler Typ. Komme aus Magdeburg und bis nach Halberstadt ist es ja nicht so weit. Ich war gestern in Magdeburg. Ich kann, also erstmal zu dem Thema. Ich habe eine Wrestling-Schule in Halberstadt. Ich weiß nicht, warum du aus Magdeburg kommst und nicht bei mir in der Wrestling-Schule bist. Das ist erstmal Verbrechen Nummer 1. So. Dann war ich gestern in Magdeburg. Und zwar in so einem Café. Café del Sol hieß das. Richtig geil. Da konnte ich, also ich habe es auch gemacht. Da kann man von Montag bis, das ist ja keine Werbung, aber von Montag bis Donnerstag, kann man da unendlich Schnitzel essen. Wie geil ist das denn bitteschön? Da gibt es eine Schnitzel-Flatrate. Da bestellt man sich einen Schnitzel mit Pommes und mit irgendeiner Soße. Und wenn du das aufgegessen hast, dann kannst du sagen, ich hätte gerne noch eins. Und dann kriegst du kostenlos so viel Schnitzel, wie du willst. Das ist das Schnitzel-Schlafenland, Freunde. Wie geil. Habe ich natürlich gestern gleich mal ausgenutzt. Erstmal schön drei fette Schnitzel gegessen. Aber das ist richtig geil. Also, da muss ich auf jeden Fall mal häufiger hingehen. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Bin heute erst mit Spider-Man fertig geworden. Jetzt noch Lara und AC vor der Nase, bis Threaded rauskommt. Siehst du, Sascha, da geht es dir ganz genauso wie mir. Genau den gleichen Scheiß habe ich auch. Falke, 25 Monate, moin, moin. Grüße an dich. Vielen Dank für den Support. So, gut. Und jetzt haben wir halt noch neu hier zum Zocken. Playgrounds, NBA. NBA zum Beispiel. Müssen wir auch nochmal reinschmeißen. Redesty, Grüße. Ähm. Hast du eine PS4 und eine Xbox? Ja. Ich muss dir sogar leider gestehen, ich habe sogar zwei PS4 und zwei Xbox. Das ist krass. Also Xbox One X. Nee, Xbox Ones. Ähm. Ja. Ja, das ist was. War? Aber das sind die einzigen Ausgaben, die mein Unternehmen macht. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, sowas zu kaufen. So. 108 Zuschauer. Ich hoffe, da geht noch was, Freunde. Aber ich würde sagen, wir können uns so langsam in das Spielgeschehen reinschmeißen. Denn ich habe richtig Bock, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock. Guckt euch schon dieses geile Bild hier. Da kann man doch schon mal. Da geht einer schon mal hier. Alles auf. Hey, Manni. Was sagst du, was empfandest du die letzten Monate von Eddie Guerrero? Ich war großer Eddie-Fan, bin aber wegen seinem Turn zu Ray geswitcht. Ja, die letzten Monate waren natürlich komplett Heal. Aber das hat er einfach mal auch so gut gemacht. Man hat ihn richtig gehasst. Und er war trotzdem cool. Es war einfach, es war trotzdem geil. So, deswegen, ähm. Und gerade dann noch so die letzten Wochen waren er dann nochmal, da war er ja dann wieder Face. Und so typisch Eddie mit Batista und so weiter rumgeschakert und so. Das war einfach super lustig. Ähm. Ja, bester Typ. Was willst du da groß sagen? Ähm. So. Zusatzinhalte werden gesucht. Normalerweise. Ach, leck mich. Ehrlich jetzt? Jetzt muss ich wieder ein deutsches Sprachpaket runterladen. Ach. Kann das ARIA-Paket nicht schön installiert? sein hier? Oder was? Ach, Mann. Ähm. So. Assassin's Creed ist immer gut. Das stimmt. Außerdem habe ich über diesen Assassin's Creed Teil wirklich nur Gutes gehört. Also, ähm. Von daher. Ciao, damals das Golfer-Gimmick. Calvin White hieß das. Ah, warte. Ich krieg den Theme Song noch zusammen. I've got a brand new car and... Mh, 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 mh. Ach, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall sehr, sehr dumm. So. Schön zwei Gigabyte runterladen für ein scheiß Sprachpaket. Was sowieso kacke ist, warum mal ehrlich sein. Ähm. Aber naja. So. Jetzt wird das hier runtergesaugt. Und ich weiß natürlich nicht, wie lange die Scheiße dauert. Worte ist lange. So, hier. Schön, dass noch andere Updates sind. Aber es läuft mal wieder rasend. Das Update rasend vor sich hin. Tja. So, viel zu dem Thema. Wartet mal ab. Das war gleich nicht zu Call of Duty Switch. Oder wir spielen erst... Kann ich das machen? Kann ich in den Anfang nicht einfach auf, äh, auf Englisch spielen, solange das deutsche Paket noch nicht da ist? Geht das? Spielen wir es halt am Anfang auf Englisch. Und dann spielen wir es irgendwann auf Deutsch. Und dann sagt ihr, äh, Martin, äh, kannst du bitte nochmal auf Englisch switchen? Es ist, äh, wieder besser. Aber mal schauen. Wir warten jetzt einfach mal ab, was hier Upload-mäßig ist. Was sich noch passiert. Grüße gehen ja übrigens noch mal raus an die Freunde von Vodafone. Die hier, äh, einfach mal wieder alles geben, um mir wenig Internet zu geben. Aber was willst du machen? So. Ähm. Yo. Übrigens, Hülle ist mit seinem Zehner einfach mal der Donator des Tages. So viel zu dem Thema. Und am, äh, wann habe ich gestreamt? Am Dienstag habe ich WWE gestreamt. Am Dienstag habe ich übrigens wieder 10 Stunden Stream hier rausgeballert, ja. Für die Leute, die sonst immer sagen, äh, deine Streams sind so kurz wie mein Penis. Ja. 10 Stunden. So viel zu dem Thema. Äh, Big for, äh, Toys for Big Boys hat sich nämlich einfach mal gleich zum Donator des Monats gemacht mit der Aktion. Geht ohne dem Deutsch-Paket trotzdem Deutsch-Untertitel? Ja, keine Ahnung. I don't think so. Wie der Franzose sagt. Okay, jetzt schreibt, sie ist generell immer für Englisch. Okay. Ja, wollen wir jetzt erstmal starten, oder? Ich habe jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Bock hier, äh, jetzt noch rumzuwarten bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Deswegen, hm. Okay. Wollte ich euch sonst noch irgendwas erzählen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe angefangen, äh, die Giveaways zu verpacken und das ist wirklich ein absoluter Graus, ey. Das ist so schlimm, weil natürlich ganz viele von euch doppelt und dreifach gewinnen. Der eine, habe ich geguckt, der hat zweimal die gleiche DVD gewonnen und weiß es gar nicht. So, ne? Das ist auch richtig dämlich. Das muss ich erstmal alles auseinanderklamüsern. Das dauert alles ewig. Ich habe bis jetzt erst zwei Sachen wirklich verpacken können. Weil es ist einfach, es ist richtig scheiße. Ihr gewinnt zu viel, Freunde. Ihr gewinnt hier einfach zu viel. So. Okay. Ich starte jetzt auf Engel, ich habe keinen Bock zu warten. Da legt man vorher immer die Disc rein, ne, macht, startet man das Spiel und dann kommt noch ein Update. Und das macht man alles feinsäuberlich vor dem Stream. Und dann will man loslegen und dann geht es trotzdem nicht. Es ist immer wieder. Fantastico. So. Dann halt Orngleis. Willst du mich verarschen? Achso. Fortsetzen. Passe den Bildbereich so an, dass er auch genau auf den Bildschirm passt. Soll ich euch mal sagen, dass es nicht genau ist? Oben und unten fehlt ein Stück. Was ist das denn für ein Müll? So. Auch gut, dass ich gar nichts höre. Ah, auch gut, dass ich dumm bin und diesen Lautstärker-Regler ganz unten hatte. Ich habe T-Shirt und DVD gewonnen. Ja. Trotzdem, du bist glaube ich der Einzige, den ich, ja, du bist der Einzige, den ich eingetütet habe. Noch einer. Also ich habe zwei Sachen eingetütet und du bist der Einzige, einer davon. Ähm. Ähm. Deswegen. Äh. 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 Gibt es irgendwelche Neuheiten in der Creation Suite bei 2K19? Äh. Ich kann dir sagen, dass der, dass die Leute, die da schon wieder irgendwie bauen, einfach mal krank sind. Das kann ich dir sagen. Deswegen einfach mal neue Pakete jetzt schon verfügbar. Ich habe, ähm, schon mein, ähm, Amazon Prime Loot eingegeben. Das heißt, das müsste ich eigentlich schon haben. Ich gehe jetzt mal hier auf den Besitz. Aha. Guck mal hier. Ich habe hier schon so ein paar komische Ausrüstungsgenstände. Aber das Wichtige ist, mein Pony. Guckt euch mal dieses wunderschöne Lasanienpferd an. Das habe ich nämlich schon. Achso, muss ich das jetzt hier nochmal anklicken, damit ich das habe? Ach du Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich nämlich schon. Gibt es noch irgendwas anderes, wenn hier steht Erweiterung? Hm, natürlich. Schreiben wir uns jetzt diesen Pass für 50 Millionen Euro. Ich glaube doch nicht. Kann ich das auch für Ingame-Kohle machen? Das ist auch cool. Naja, mach schon. Lasagne fängt das wieder an. Natürlich. Pferde heißen immer Lasagne. So, wir springen mal in die Option rein. B-Gym, Galibrierung, das haben wir alles schon gemacht. HDR einstellen können wir leider nicht machen. Grüße gehen da ein Negator raus. So, Bluteffekte an, Zielhilfe, keine Ahnung, Photomodus, ja, wenn es sein muss. Ja, mach es erstmal alles. Aber hier, den hat, das finde ich gar nicht so scheiße, dass man hier auch alles ausschalten kann. Dann sieht das ja alles noch ein bisschen geiler aus, wenn die nächsten Tausend Anzeigen sind. Sprache des Menüs auf Deutsch, gesprochene Sprache, Anglais. Okay, Untertitel kann ich auf Deutsch machen und Untertitel sind an. Okay, dann haben wir schon mal das Problem erledigt. So, und Steuerung wird schon passen. Gut, Freunde, dann beginnen wir den Spaß mal, oder? Seid ihr genauso geil wie ich? Und wie sieht es mit dem Spiel aus? Na, am Darking, es geht. Kommt immer rein und checkt erstmal seinen Rang ab. Erstmal gucken, wie der Rang ist. Ja, ihr müsst dann gleich mal schreiben, ob zu laut oder zu leise. Im Moment gibt es noch nichts, deswegen braucht ihr es jetzt noch nicht schreiben. Alter, Kettis Rang 10. Du hast okay Leben, oder? König Leonidas von Sparta. Der ist aber alt. Ich glaube, ich merke eigentlich, das klingt jetzt schon gut. Ich wäre gerne mit meinem Sohn wüschen, ihr Young. Könnt's auch so machen. Immerhin kämmen wir alle den kalt machen. Stellen wir uns uns um Schicksal, Junge. Etwas lauter, bitte. Spartans. Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat and tear, all of it, has led to where you stand, right now. Und jetzt... Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich hab ein besseren Plan. Ich sage, wir... Es gibt Leute, die kennen das nicht, ja? Ich sag's nur mal. Für die ist das jetzt, was ich hier schon wieder treibe, völlig bescheuert. So, zack. Und hier, Shokeslam, gar kein Problem. Mal einen Stich gesetzt. Auch noch mal einen chirurgischen. Logischen. Ey. Wir wollen auch rinnen in die Ölgern. Oha, jetzt geht's ab, J. Drücke RB für einen Leichtmann. Leicht. 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 Okay, RB, 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 RB. Ich will nicht gleich überrennen. Yo. Was? Alter. Ab. Ab. Nee, der macht auf jeden Fall ordentlich Schaden hier, der gutste. Das ist nur so ein Fetterbrecher. Spiel ist einfach so geil und hat einen extrem hohen Suchtaktor. Ja, äh, der Stream ist heute angesetzt für Open End. Deswegen ist... ...nicht dabei. So, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie man sich... ...wie man hier ausweicht. Irgendwie hat das Tutorial aufgehört, mir irgendwas zu zeigen. Was ist das hier? Oh. Okay. Also weiß ich schon mal, wo meine Special-Fähigkeiten sind. Und... ... mit L-Täger hab ich noch nichts. Aber wie? Kann ich nur mit L? Nee. Alles noch Tutorial, Freunde. Also regt euch nicht auf, dass ich mich hier erstmal langweilig durch die Gegenschnitzel... ... ... Was ist das hier? Was verteidige ich mich denn? Ah, guck mal, hier war ich zurück. Aha! Das ist bestimmt ganz geil. Hä, hoffi. So, was mach ich mit A? Gau nichts. Okay, mal hier mit. Ah, da sind wahrscheinlich schwerere Angriffe. Wenn ich die jetzt kombiniere... Aber wie verteidige ich mich denn? Jetzt kein... ...kein irgendein Verheizungsknöpf? Muss ich irgendwo hin? Achso, ja, da hin. Sag das doch. Sag's doch. Sag's doch. Helfen in dem Spiel Wrestling Skills? Ich denke nicht. Ja, macht ja einfach alle kalt, Junge. Close line. X zum Ausweichen. Aha. Sag das doch. So, alte Bildung weiter auszuweichen. Ah, geil. Boah, kann ja eine richtig schöne Rolle machen. Um die Deckung aufzuweichen. Ist schon wieder ein bisschen anders, die Kampfstörung. Wir haben sie im letzten Teil schon geändert. Und jetzt... ...irgends noch mal. Achtung. Ah, das ist ja. Und jetzt... ...hine... 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 am besten immer ausweichen lb und rb ist parieren also aber da greife ich doch mit wieder an da mache ich doch diese komischen special features aber wenn ich wahrscheinlich nichts drüber denken kommst oder was da muss alle besiegt die neuen rb ist für feile sind so ein bogen den habe ich jetzt noch nicht ich kann nicht so schnell weg sind da ist auch mal eben ausgerutscht zufällig mit seinen kleinen was war los nur so wenig leute weil mein fake stream gerade nicht geteilt wird auf youtube die abo box spinnt da schon irgendwie wir sind wieder hier und jetzt das ist was sie letzten teil auch schon rum gewerkelt haben aber ich finde irgendwie es gibt zu wenig infos über die das war in den ersten es heißt es krieg teilen krasser da gehen es eigentlich um die leute die außerhalb waren waren eigentlich schon fast interessanter als die inhalte gibt es das spiel auch mit deutscher sprache ja aber ich habe die das deutsche sprachpaket das lädt gerade hier runter und das brauchen noch ein bisschen da unten steht 19 prozent ist jetzt gerade deswegen habe ich jetzt auch schon mal auf englisch gestartet aber mir gefällt die englische sprachausgabe schon was geführter modus ein eher traditionelles spielerlebnis marka werden zu jeder zeit angezeigt quasi der hitze automatisch ein neuer ansatz du musst die welt selbst erforschen und zielpersonen und quest aufzudecken dieses ist das erlebnis das wir für ss street odyssey vorgesehen haben okay also freunde finde ich sehr geil dass man so einen modus einführt wurde wirklich einfach in der welt bist und macht einen scheiß alleine aber habe ich keine zeit für ich keine möglichkeit für für den live stream ist das besser wenn wir wissen was wir zu tun was information as you got there's no way i'm going in there without some guidance glad to help you can always change your mind later listen leila before you go off if this book is right this beer this story you will change everything you're putting a lot of faith in a fairly unreliable source historian or not this guy wrote about magical objects and the will of the gods he's not homer irodotos was the first recorded historian so there's a lot more truth in that text than you think i mean what better way is there of finding isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant i know but i need you to trust me you could be right this beer this book it could all be crap but something tells me it isn't and i'm certainly not gonna let abstergo find out first you're right we haven't got much to lose anyway there's just one small problem what is it this manuscript is in rough condition to say the least the dna found on the sphere has identified two different individuals you're gonna have to pick which strand of dna to pursue the choice is yours tja und diese frage fällt uns natürlich äußerst einfach aber sind die die stories der beiden weil toni hat vorhin geschrieben dass sich beides gespielt hat die stories ist doch aber das gleiche oder ob du jetzt ein mann oder eine frau bist ich habe gerade eben ein code eingelöst bei mir geht's folgender wird sandro und sandra haben sich scheiden lassen da war wohl zu viel sand im getriebe naja ob es das ist björn eggers vielen dank für den sieben monate wie es auch mein freund vielen dank also wir hier am stöße in griechenland der hat sich ein fische klaut ok der hat sich ein fische klaut der hat sich ein fische klaut ok was auch immer sie uns mit dieser sequenz sagen wollen wahrscheinlich nur dass es geil aussieht da sitzt er der held vom erdbeerfeld macht keinen unterschied ja gut ok der der ist ja der springt von mir. So, pass mal auf, meine Freunde. Jetzt gibt's aber mal ordentlich auf die 13. Aha, so kann ich schon mal parieren. Aha, R1 und... Also R1. So, dein Kumpel ist tot. Willst du folgen? Schau schon. Kann ich das, wenn ich das gedrückt halte? Ne. BAP! Die Frau sieht nur besser aus. Das ist aber meistens so. Können wir bei den Giveaways nur Abonnenten gewinnen oder auch normale Follower? Bei den meisten Giveaways, die wir machen, das ist für Abonnenten. Weil die bezahlen ja auch. Den ganzen Scheiß her. Spider-Man habe ich nicht die 100% gemacht. Bei Odyssey, der Hauptcharakter, eine Frau. Ich meine, wegen Gleichberechtigung und so. Ja, aber da wir hier für Gleichberechtigung stehen, haben wir auch den mal angenommen. Was ist das? Was ist das? Es ist eigentlich nicht so. Was ist das, Baby? Alles, alles, jetzt zu sein. Die Cyclops wieder, oder? Hat er noch nicht gelernt? Wahrscheinlich nicht. nicht das wieder ich werde zuerst für dich fragen klar ich rufe mal eben an verstehst du das ich ich fange rasch was das weasel we we he wants you to meet him at his new house on his vineyard wait what a vineyard malaka it's on the road to sam he says wine will make him rich Seit wann hast du noch einen Weingut? Ich werde ihn finden. Na dann? Nicht dein scheiß Ernst. Kannst ein paar runter haben, wenn du willst. Kohle, ey. Typisch. Typisch. Zwei Jungen aber schon wissen, wie der Hase läuft. Ich dachte, sie sind tot. Entscheidungen. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche oder verbogene Konsequenzen. Wege sie daher gut ab, da sich manche in der Story aufhörten dauerhafte Folgen haben. Verschwindet. Ihr seid tot. Ach komm, verpisst euch ihr Assis. Wurste Redhead streamen? Ja, natürlich. Ich muss aufhörten gehen, um aufhörten zu werden. So. Hol dir deine Ausrüstung. Tja, wie geht ein normaler Mensch da hoch? So. Warum auch einfach die Treppe nehmen. So, durchsuchen. Ups. Let's get this on. Momentan. So, ich hab doch aber schon durch mein Prime-Kram... ...hab ich doch jetzt eigentlich schon... ...Kram. Und so. Ach. Na ja, versuch. So, was ist hier? Beutel durchsuchen. Zerbrochener Bogen. Okay. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Okay. Und wo sind meine Sachen, die ich von Prime habe? Primark? Wieso sind die nicht da? Kriege ich die ja später? Du musst zum Shop und dann auf Eigentum. Aha. Wo immer der Shop ist. So, Markus hat ein neues Weingut gekauft. Er findet sich auf der Südseite des Berges Enos. Na dann besuchen wir den guten Marco mal. Gucken wir mal, wie das Deutschpaket aussieht. 25 Prozent. So, aber ansonsten finde ich gerade... Alter, guck mal, wie geil das aussieht hier mit der Sonne da im... ...die da so durchschimmert. So, ich überlege mal kurz, was ich ausblenden kann. Soll ich da oben dieses Nord-Süd-Osten-Westen-Dings, also den Kompass da oben, soll ich den ausschalten? Was sagt ihr dazu? Und da oben meine... ...mein Level brauche ich doch auch nicht die ganze Zeit wissen. Welche Stufe ich habe. Das kriege ich ja wohl auch noch gemerkt. Oh, warte mal, hier ist doch Shop gewesen. Ey, wie kam ich denn da jetzt gerade hin? Der Shop? Oder In-Game-Shop-Shop-Kram? In Besitz. Erhalten. Hä, das habe ich doch schon gemacht. Okay. Geht das jetzt? Martin und was merken? Ich merke nichts. Und haben gesagt, ich habe schon nichts zu suchen. Das bekommt man erst mal in den Prolog, du gezockt hast. Oh, fuck. So, warte mal. Aber ich will hier trotzdem noch den Hut einstellen. Ähm... Ähm... Okay... Zielerfassung... Jetzt müssen wir natürlich wissen, was was ist. Gesundheit ist in Stufe des Gegners. Ja, Gegner, nee, komm schon. Stufe und Erfahrung. Das kam weg. Und der Kompass auch. So, jetzt bin ich gespannt, ob das richtig war. Yes. Guck mal, jetzt haben wir schon mal ein bisschen... Okay, es ändert sich für euch wahrscheinlich sowieso nichts, weil da ja meine komischen Anzeigen sind. Aber, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich würde sogar fast die... Ähm... Die Quests auch ausblenden. Wow, wer ist er denn? Halt dein Maul. Ich würde sogar fast die... Die Quests auch ausblenden. Aber ich weiß nicht, wo ich die sonst finde. Da. Einfach Start drücken. Hm. Dann wäre ich eigentlich davon die... Dafür die da auch auszublenden, oder? Wenn wir die wirklich nicht mehr wissen... Dann können wir die doch auch... Mini-Quests, Log und Ziele... Guck mal. Erst am Level 5 Tragbar. Ach du Scheiße. Paddel los. Dankeschön für die Info, auf jeden Fall. Aber das ist dann natürlich auch scheiße, dass wir das alles nicht springen. Also jetzt habe ich die Missionsziele ausgemacht. Dann haben wir noch mehr... Vom Bild. Ach so. Also da sollte ich nicht drauf drücken. Jetzt muss ich ja hier alles zu Fuß rennen. Ich habe nicht mal Schuhe an, Alter. Was soll denn das? Ja. Das ist aber mal der geilste. Oh, Ziegejunge. Da bist du dich. Er rennt hier komplett durchs Feld. Ohne Schuhe. Da gibt es nichts. Gehört, wenn GTA 6 rauskommt, will Trevor alle die jagen, die ihn in GTA 5 haben, sterben lassen. Okay, das ist auch lustig. Biss in der Nähe, wenn es hier ist. Drücke. Okay. Das gab es im letzten Teil auch schon. Das heißt, damit kenne ich mich auch nicht. Da bist du. Mal sehen, was du dir selbst in diese Zeit hast, Markus. Markus? Wer braucht schon Schuhe? Ja. Wie will ihr try out? Gehst du hin? Äh, King Flash. King Flash. Grüße erstmal. Äh, du wurdest übrigens vom Thron gestoßen, wenn du mal rüber guckst. Du hast gestern dein... Vorgestern. Deine University verloren. Aber nein, ich geh nicht hin. Wenn ich nicht so einen Stress gehabt hätte wegen dem Gym-Umzug und so weiter, dann wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Warum? Das ist meine Bäume. Aber... Nix im Augenblick, aber ja. All of them. Du musst vergessen, was du wissen über das Vergangenheit, mein Freund. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in a time. I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Ich weiß nicht, wie man Wein herstellt. Es wird schief gehen. Please, Marcos. You'll fuck this up like you fuck up everything else. You can't pay me back in Graves. You know me better than to think I don't have a plan? Marcos always has a plan. Alright. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no. Not at the moment. Then get it. Instantly, my friend. Instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt. It's just waiting for you and Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Duris. 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 How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Duris gets his money. I get my interest. And you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? I feel my interest. Ach, my friend. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But. Think of it as an interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Okay. Look at my horse. My horse is amazing. Ich weiß, welches ich will. Erzähl mir von dem Pferd. Das klingt so viel. Mir ist egal. I've made my choice. Which one will it be? Ja, scheißegal. Ich nehme das Schwarte. Ich nehme das Schwarte. Ich brauche keiner am schnellsten laufen. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. Muss ich mal nachdenken. This is the one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Fovos. He's never let me down. Fovos. Remember. Maybe at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Esterpik. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of the victim and a beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about Duris, Alexios. Oh, so viele Sachen zu tun. So. Lasagne. Ich begrüße dich unter meinem... Warte mal, er hat ja doch Schuh ein. Oh, wie langweilig. Oder hat er die gerade erst gekriegt? So, auf geht's. Pony, reite durch den Wein. Nein, die Weintrauben sind fein. Hier gibt's auch eine Quests. Das interessiert mich auch nicht. So, dann rein wir auch nochmal hin. Oh. Hoppala. Oh. Ist ja geil. Oh, das Pferd schmückt selbst an Dings. Das ist ja cool. Im letzten Spiel, also im letzten Teil, da ist das Pferd dann einfach elendig ertrunken. Was natürlich auch zu lustigen Situationen geführt hat. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Das ist ja cool. Außerdem kann das hier schön runterdiven. Besseres Pferd. Bestes Pferd, so wie in Skyrim. Warum spielt man denn auf Englisch? Weil mein Deutsch-Pack gerade auf 31% vom Download ist. Und das klingt besser, muss ich sagen. Aber mal, äh, so ein kleines Mädchen entführt. Das gefällt uns aber gar nicht. Wenn der Gegner dich im Sperrgebiet sehen... Ach, du könntest dich nicht dünnen. Das ist schwer, dass du sieben bist. Okay. Schön, das sagt er mir jetzt, nachdem ich schon entdeckt wurde. Attentat. Glose Gegner, an dem du... ...umbringst. Eliminiere 50 Gegner per Attentat. Oh, warte ich hier durchsuchen. Hä? Gib dem wieder hin, den Pinsel. Hoppala. Aufheben. Ach so, der hatte nix. So, drücke um zu pfeifen. Ah, ich hörte ein bisschen. Ah, ich hörte ein bisschen. Ich find die englische Sprausel aber eigentlich auch nicht so scheiße. Mit dieser Plenner da drüben. Der hat voll in die Eier gehauen. Sehe ich das richtig, dass er den erst komplett in die Klöten haut, denn das Schwert in die Fresse zieht? Das ist natürlich auch ganz schön böse. Oh, ein Eisenbrocken. So, was kann man nochmal hier brauchen? Okay. Ich würde sagen, ich töte erst den da drüben und im hohen Gras. Und dann den da. Weil der ja hier ein bisschen einfacher zu töten ist. Tschüss. Ach, das war ne Frau. Hoppala. Das war natürlich keine Absicht. Walscht. Ähm, warum hat Martin vor 20 Uhr angefangen, wie es auf dem Plan steht? Weil ich ein Arschloch bin. Nein, weil ich heute Open End mache. Wir müssen hier mal ein bisschen den Finger ziehen. Ich streame ja, ich streame jetzt so viel wie es geht, Freunde. Ach, auch noch. Forderungen stellen hier. Guck ich erstmal in die Box. Oh, Brustschutz. Geil. Ich trinke Brustschutz. So. Gefangene befreien. Zack. Are you all right? Es war nicht so schlecht. Aber, last time they put a cloth in my mouth so I stopped biting. Phoebe, just be careful. You're alone now, since... Since my parents died? I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? Flashback. Ich setz mich nie auf ein nasses Pferd. Doch. Lego Dave übrigens. Elf Monate. Wees up. Vielen Dank. Du musst als das stärker sein. Das ist jetzt hier seine Kindheit. Oh, ne tolle. Och, die Muni macht mit. Again. Up. Yes, Pfeffer. Aha. Spalten. Reises as soon as they have fallen. Radio Star. Widen your stance. Soldier. Ground themselves. Warum ist denn da noch ein Baby? Habe ich noch irgendwie geschwischt? Gut. Gut. Döner! 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 Ach, stirbt er jetzt, oder was? Das war ja so eine Todesansage! Montes, Alter! 13 Monate Rieser, ich danke dir! Nice! NXT Germany, wo Martin den GM macht. Ja, das wäre aber in der kurzen Zeit die beste Show, das können wir auch nicht verantworten. Das können wir auch nicht verantworten. Das können wir auch nicht verantworten. Genau. Du bist zu viel. Du bist nicht genug. Du bist nicht genug. Wir werden alles gut, wenn wir uns aufhören. Das sagt mir, die Thug sagt, du solltest du aufhören. Was sie sagen? Sie sagen, die Cyclops putt ein großer Bounty auf dich. Talos, der Stonefist, will dich tot. Talos, der Mercenärer. Am ich nie überhaupt nicht in Probleme? Better gett ihn bevor er hat dich. Ich höre, dass er wirklich dumm ist. Ich werde meinen Weg zurück in die Stadt. Hier! Haust du? Talos, der Stonefist? Das ist nur das, was ich heute brauche. Einer geschlossene Nose. Ich werde das aufhören nehmen. Du wirst gejagt. Ja, Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen. Solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, normalerweise kannst du den Stifter eines Kopfgelds einfach ausbezahlen, aber der Cyclope lässt sich nicht ausbezahlen. Okay, öffne das Söldnermenü. Auch noch. Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnungen sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Okay. Der will mich hier also umbringen. Die Saudi. Und die anderen Gegner, die habe ich noch nicht entdeckt. Okay. Ah, aber es gibt noch weitere, die meinen Tod sehen wollen. Das war eine ganze Menge. Dann? Ist das schon mal gut zu wissen? Die Glocke, Alter. So, Inventar. Guck mal, jetzt habe ich doch... Ah, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen mehr. Guck mal, jetzt habe ich hier so eine Rüstung bekommen. Auch ein Helm. Jawollo. Glocatis. Angst einflößender Piratenhelm. Ich bin ein Pirat. Nehmen wir erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Pferdchen. Aha. Guck mal, hier ist doch mein... Mein tolles, cooles Twitch Prime Pferdchen. So. Nice. Quests. Schulden eintreiben. Und ein Kampf mit Talos, das kann ich aber noch nicht machen, weil ich da noch nicht stark genug für bin. Gut. Also das ist ähnlich aufgebaut wie im letzten Jahr. Also im letzten Teil. Was ich aber gut finde. Opa Olga... Oh, macht das Jahr voll. Geil. X Factor das unfassbare. Dreh zwei neue Folgen. Habe ich heute auch gelesen. Finde ich ziemlich cool. Obwohl es mir eigentlich nur noch mehr Angst macht. Weil das war schon eine ziemlich kranke Serie. Wenn die mit den heutigen Standards für Serienkram und so... Das kann schon auf jeden Fall sehr krank werden. Halte gerückt um Phobos zu rufen. Ach Phobos ist mein Pferdchen. Hallo. So. Okay. Ähm. Seh ich hier irgendwo... Auch meinen... Rang? Okay. Hier sind meine Fähigkeiten. Verdiene EP um eine Stufe aufzusteigen. Ja gut. Das ist klar. Söhne. Ne. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man dieses... Diese Anzeige, die ich denn jetzt unten rechts... Ah, hier. Guck mal. Hier hat man die auch. Gut. Dann kann ich die auf jeden Fall auch ausschalten. So. Optionen... Hat... Äh... Kopfgeldleiste. Auch ausgemacht. Ich will hier keinen komischen Einblick haben. So. Zack. Halte beim Reiten. A-Korts gedrückt um Phobos in Kontrolle zu überlassen und die Straße zu folgen. Drücke... Na... Na... Gut. Das ist perfekt. Das gab es im letzten Spiel auch. Das ist super geil. Weil man in der Zeit nämlich im Chat gucken kann. Super cool. Für Streamer. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Man kann hier schön die... die Landschaft beobachten. Cool. Omega-Version waren erst ab Level 5. Die Belohnung für die Omega-Version waren erst ab Level 5. Was ist denn die Omega-Version? Hast du da irgendwie was vorbestellt oder was? Das habe ich nicht gemacht. Obwohl doch. Ich habe vorbestellt. Warte mal kurz. Ich habe von Amazon irgendeine E-Mail bekommen, dass ich da irgendwas... Irgendeinen Vorbesteller-Bonus hatte. Äh... Das... Müsste irgendwo sein... Amazon... Das Problem ist immer, bei den Pre-Order-Dingern von Amazon... Aha. Hier. Jetzt vorbestellen und eine zusätzliche Mission erhalten. Der Blinde. Ähm... Okay. Der Blinde-König heißt die Mission. Habe ich sonst noch irgendwas... Haben sie bereits vorbestellt? Bla bla... Habe ich da sonst noch irgendwas bekommen, außer eine Mission? Vorbesteller erhalten die zusätzliche Mission der Blinde-König. Toll. Das war's. Mehr habe ich nicht gekriegt. Hm. Na warte mal. Wir lösen mal einfach den... Halt. Halt. Stopp. Warte erstmal Pause machen. Dann... Gehen wir mal auf die Startseite. Und dann lösen wir den Code mal ein. Das ist doch nicht so gut, oder? Oder ist das... Muss ich das irgendwo anders eingeben? Ach du Scheiße. Ah okay. Den muss ich irgendwo anders eingeben. Bei Ubisoft direkt auf der Seite. Na das wird doch wieder nix. Das wird doch wieder gar nix. Anmelden. Anmelden. Äh... Xbox One. Ja. Obwohl das jetzt glaube ich immer gut funktioniert hat. Was ist das denn für ein anderes Bild? Ja. Ich weiß. So. Gut. Das hat jetzt schon mal wieder nicht funktioniert. Wir gehen nochmal auf anmelden. Jetzt aber. Xbox One. Ach hier. Den Code eingeben. Aha. Warum auch nicht einfach direkten Xbox Code raushauen. Es wäre zu einfach wahrscheinlich wieder. Mein Code abschicken. Glückwunsch. Du hast den Inhalt der blinde König freigeschaltet. Moment. Okay. Danke. Dann. Sehe ich das jetzt wo? Sehe ich das jetzt wo? So. Ich habe das jetzt wo. Ich Habe das hier in der Stadt. Vielen Dank. Das ist doch mal super, was es so ist. Es ist das mal so. Also. Der winkt, der kriegt jetzt von mir auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob der winken sollte. Das ist ja gleich mal weggeschubst. Jetzt ist das Bild wieder besser. Achso. Obst du, dass die WWE eine Idee hat, dass wir einen Bullet Club machen sollen? Nein. Die einzige Idee mit dem Bullet Club ist, sie aus den Indies rauszukriegen. Das war's. Die wollen mit dem Bullet Club bei der WWE nichts Großartiges machen. Die wollen einfach nur, dass die Leute aus dem Bullet Club nicht mehr in den Indies sind. Das ist der Trick. Dass er auf Deutsch stellen soll. Ähm, Berserker Beast. Nochmal. Da unten. Hier. German Audio Pack wird installiert. 42 Prozent. Ich muss warten. Ich will auch auf Deutsch umschalten, aber es dauert noch ein bisschen. Dann hättest du dir kein Geld leihen sollen. Du hast recht, das Doppelte ist viel zu viel. Nein. Nein. Du solltest du das gedacht haben, wenn du einen Doppel hast, Doppelte ist, Doppelte ist. Aber meine Familie. Es ist heiß. Ich bin in ein schlechtes Mord. Und du sollst du es bezahlen. Wir beide wissen es. Die Frage ist, was ich zuerst mache? Du? Oder deine Merchandise? Du sagst, Markus, dass ich genug habe. Ich will nicht auf einen... auf einen Merchandern oder jemanden, der wundere Geld aus den Cyclops. Von den Cyclops? Das ist so, wie er seine Vignette gekauft hat? Schau, ich weiß, dass du ohne Markus tot sein würdest. Was mit ihm, dass du dich als Kind aus der Straße aus der Straße ziehst. Aber du wirst wissen, was er macht, ist verrückt. Ich gehe zuerst, wenn ich meine Drachmen habe. Hm. Jetzt habe ich ja gerade erfahren, dass dieser Markus eigentlich ein ziemlich dummer Typ ist. Und dass der Typ ihm schon mehr als genug gezahlt hat. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gut, okay, aber das ist erstmal dabei. Du wirst die Drache mich vergessen. Markus und ich brauchen immer zu sprechen. Du lässt ihn mir gehen? Dann lasst du es wenigstens kurz. Nichts特別, aber... Na, guck mal an. Zumindest ein Schwertchen abgestaubt. Wenn schon keine Kohle am Start war, wenigstens das. So, meins. Kann ich noch nicht nehmen, weil ich noch nicht Stufe 2 bin. Na, perfekt. Streamst du morgen und was? Streamst du morgen und was? Ähm. Ich stream morgen nicht. Ich wollte gerade sagen, außer wenn ich zwischendurch nochmal Zeit habe. Weil eigentlich habe ich das Video für morgen schon gemacht. Das heißt, eigentlich hätte ich Zeit, aber nur bis 17 Uhr. Aber ich muss morgen noch ins Fitnessstudio. Das heißt, 15 Uhr ins Fitnessstudio spätestens. Ja, und vor 15 Uhr brauche ich nicht streamen. Deswegen werde ich das denn wohl nicht machen, ey. Also morgen denn keins streamen. Aber ich streame heute Open End. Das heißt, vielleicht erreichen wir einfach noch den nächsten Tag und dann passt es. Was kann ich hier machen? Interagieren. Ah, okay. Nachrichtentafeln. Gut zu wissen. Wow, was war denn jetzt? Okay, markiert hier. Ähm. Was sind denn diese Haken? Das sind nur Zusatzmissionen, oder? Jetzt gehen wir erstmal zu diesen Pinseln hier. Wer ist er denn? Der Tempel des Zeus. Äh. Okay. Wow. Wow. Jesus Christ. Ah. Ah. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mistios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the Dracmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops. Feed you to his goats. Der hat auf jeden Fall überall Stress, der Typ. Ich kann tell from the smile on your face, who is has made you your Dracmi. Ich kann, kannst du streamen, einen Zuschauer hast. Ah, kannst du streamen, einen Zuschauer hast. We can get the money back. Can't we? I'm sure it's possible. Ja, also, äh, ich hab keine Zeit. Ich kann, ich könnte von, keine Ahnung, sehr spätestens. Also ich müsste um 15. Uhr wirklich schon da sein. Das heißt, ich kann von 12 bis 15. Uhr streamen. Na, glaub ich nicht, dass ich das mache. Glaube nicht, dass ich das mache. Äh, wir können das versuchen. Wir holen uns die Drachen. Also, jetzt hab ich nicht aufgepasst, was der jetzt sagt. Äh, wir holen uns die Drachen. Ja, wir müssen die Typen auf jeden Fall auszuhalten. Solange ich noch nicht Level 5 bin und die alle umbringen kann. Äh, wir haben noch mehr Fleischbeck. Kassandra! Okay, kleiner Junge allein im Wald. Einige geilt, setzt sie mich auf. ...Anschüffchen. Oh, haut der jetzt ab oder was? Eiskalt. Haut er ab. Kennt er nichts. So. Oh! 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 Einsegelt. Weißt du, sowas kommt von sowas. Ist das nicht Markus? Don't see fishies like you every day, eh? Ha, 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 ha. Ha! You hungry? Was ist das, ein Stein? Wolltest du an diesem Stein rumlutschen? Wolltest du an diesem Stein rumlutschen? Keinthalnyx. Keinthalnyx. Kefalonia. Heh. Some gift. Boop? There you are. Stalking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit malakes, stopping the wood shipments. Of course you can. Why, I was just feeling my friend Alexios in on the details. He already has a plan to deal with these bandits. He is not silent but deadly type. I don't care who does it, but someone better got those bandits. Today. A wonderful idea. I for one, need to rush home. Alexios, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. Hmm. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving out of snail space. Follow me. Nice! These bows will make me rich as Chrysos. Are they that good? Are they? They're not good, are they? The war is growing. The Athenians need good bows, if they want to go up there. That's really good. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small time shit. You should make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret fighter. Hey. That was a long time ago. I'm a Cephalonian. Oh, alter. Hand it over. Schlag sie! Die sollen mir einen schönen Bögen basteln. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Nein. Na gut. Shoot your arrow at those dummies. That's what she said. Okay. Nice. Schulden eintreiben. Haben wir abgeschlossen. Ähm. Fähigkeiten. Oh, Stufe 2. Nice. Ich hab ne Fähigkeit freigeschaltet. Gut. Also. Was können wir denn hier jetzt schon mal scalen? Verstehste? Drei Pfeile gleichzeitig, die jeweils 100% Jägerschaden anrichten. Okay. Wird jetzt schon gut. Ähm. Meditation. Muss ich das hier erst skillen, oder was? Ah. Jetzt versteh ich den Skillstück erst mal. Denk doch wie einfach von unten los. Also. Die Zeit verlangsamt sich für 5 Sekunden, wenn du von den Gegnern gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkörper deines Gegners und richten 150%. Aha. So. Ich glaube, das find ich schon mal gar nicht so schlecht. Drei Pfeile zu schießen ist auch geil. Raubtierschuss ist diesen Gelenken. Ja, den find ich auch cool. Überrennen. Okay. Sparte Anertritt. Ja. Sparte Anertritt. Aufgeladener, schwerer Angriff. Bündel deinen inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln. Der von... Stößt ihn da zurück und spricht ihre Deckung. Ja. Attentat. 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Find ich auch nicht so schlecht. Begiftete Angriffe. Offenbarung. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das hier. Dass wir den automatisch plündern und gleich schon mal 20% Erhöhung. haben bei diesen Sachen. Weil ich glaube, wir werden jetzt am Anfang wahrscheinlich ein bisschen mehr rumschleichen. Gab's in dem Zeitalter schon Gyros. Keine Ahnung. So. Das machen wir als erstes. Inventar. Da haben wir auf jeden Fall unseren schnieken neuen Bogen am Start. Und wir haben ja jetzt auch das Schwert, was wir jetzt nehmen können. Damit können wir das andere schon mal zerlegen. Und gleich wieder Stoff für den nächsten Kram. So. Okay. Dann brauche ich jetzt mein Lasagne-Pferdchen wieder. Mehr Requests angenommen. Wie kriege ich nochmal Lasagne mit... Alter, okay, so nicht. Ähm. Jetzt auch nicht. Oh. Eine Fackel. Die brauche ich jetzt nicht. Aha. Hallo Lasagne. Was geht? Jetzt können wir mal eine Straße folgen. Aber ich habe noch keine Quest ausgewählt. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Auge um Auge haben wir jetzt nächstes. Oder... Ich und mein Holz. Das wäre ja lustig, dass sie das so genannt haben. Das finde ich ja wieder witzig. Okay. Dann machen wir erstmal... Ich und mein... Ich und mein Holz. Jetzt muss ich erstmal mit der Tante das spielen? Äh. Alter, 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 Alter. Ist das nicht alles schon geklärt? Warum soll ich hier jetzt nochmal mit der reden? Vibe. Sprich rasch. Ja. Ja. Ich halte die Banditen auf. Fair is fair. I'll fix your wood problem. Finally. Marcos Suri is lucky he's got you as escape goat. Ich werde gehen. I'll take care of the Bandits. Make sure that you do. And be quick about it. Auf zu jammern. Hab Geduld. I'll deal with these Bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. Ha. If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. Alright. I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. Jetzt weiß ich natürlich nicht wo die sind, weil ich ja Penner wie ich bin auch nicht nachgefragt habe. Das ist natürlich sehr dumm. Da oben gibt es wieder einen neuen Auftrag. Und. Okay. Dann ist wahrscheinlich diese andere Anzeige mein Ziel. So. Auf sitzen. Zack. Und. Auf geht's. Genau. Sehr gut. Wenn wir mal ein Erkältungsbad machen, Steppau, dann schwimme ich zu weit raus. Mach den Helm unsichtbar. Das sieht blöd aus. Wie geht das denn? Wie kann man den denn unsichtbar machen? Gehen wir da... Was hast du denn gegen meinen Helm?! Hm. Keine Ahnung wie das geht. Grafuren. Hm. Weiß nicht. im Menü. Kann man einstellen, dass man den nämlich sieht? Welchem Menü? Im Hauptmenü? Hier raus. Gameplay. Gameplay. Hier auch. Ne, ich glaube nicht. Steuern von Dings. Es ist ein Feiern. Gesundheit des Spielers. Kraftfroherausforderungen. Im Inventar. Okay. Helm unsichtbar. R3. Ah. Okay. Ja, das sieht natürlich ein bisschen besser aus. Aber auch komisch, oder? Hier ist, wo die Ambush hat. Ich sollte nachher schauen. Guck mal. Na dann gucken wir mal mit unserem Pieper jetzt hier. Gegner Stufe 5. Den sollte ich vielleicht nicht anpimmeln. Oder muss ich das? Beschleunigen. Hm. Ist hier Gegner? Nee. Aber das ist auf jeden Fall der Ort, weil hier ist sehr viel Holz am Start. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall erstmal alles markieren, was so geht. Hm. Ja, ist jetzt die Frage. Ist das... Nee, das ist nur eine Kiste. Wird mir das jetzt nochmal irgendwie anders angezeigt, oder? Bei den Typen kriege ich nicht kalt. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das wird nischt. Holzfällerlager. Okay. Die steigen mal ab. Tofus angelegt. Off we go. Kann man denn absteigen lassen? Gucken wir mal, was wir hier machen können. Was hältst du von dem Crown Jewel Event an sich? Ort, Geld und so weiter. MVP. Ähm. Ja. Also ich würde es an der WE-Stelle nicht in Saudi-Arabien machen. Es ist halt einfach... Es gibt ein Shitstorm. Und für was? So, ne? Das macht halt einfach keinen Sinn. Deswegen... Nur wegen ein bisschen Kohle. Würde ich sagen, fuck it. Ähm. Du musst die Hinweise suchen. Ein Hinweis, ein Hinweis. Aber hier ist doch schon mal ein Holzfällerlager. Und die sind ja auch Gegner. Was machen wir denn sonst noch? Hä? Da drüben wird mir wieder das Ziel angezeigt. Okay. Dann... Bin ich schon mal falsch. Schön. Dann hau ich jetzt wieder ab. Zum Glück hat mich gar noch gesehen. Na, zusammen. Namen. Toys for big boys. Grüß dich. Äh. Wir haben... Mir ist übrigens gestern, als du weg warst, aufgefallen, dass du sogar Universal Champion bei uns bist. Dass du sogar Champion des Monats gestern geworden bist. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Aha. Footprints. Footprints. Okay. Richtung Westen. Jetzt hab ich natürlich meinen Kompass ausgemacht, was natürlich selten dämlich ist. Aber hier hab ich schon was gesehen. Kann ich hier irgendwie so einen krassen Modus aktivieren, wo ich irgendwas sehe? Nee, mir wird mir das immer noch angezeigt. Ähm. Halt. War da gerade irgendwo ne Lupe? Ja, hier. The guard was emptied, then left behind. The thief can't have gotten far with that much cargo. Okay, du bist in der Nähe des Ziels. Hm. Die Chaos zu rufen. So, you'll stop it, Mats. Der weiß jetzt nämlich richtig Bescheid. Aha. Okay, das macht jetzt natürlich Sinn, dass das so funktioniert. Uh, oder wie sagt Ric Flair? Nee, schuldig. Das sind so kleine Lupen zu sehen, jo. Dann haben wir das auf jeden Fall. Er krammelt die erstmal schön in den Stein hin und her. So. Was ist denn jetzt los? Wer greift denn hier an? Was ist denn jetzt? Ey. Brüder. Ich mit dir. Ja, wenn ihr mich hier angreift, äh, dann kann ich natürlich auch nichts dafür. Ich muss sie aufzuhören. Achso, warte mal. Ich bleib mal hier im Busch. Und hol mal meinen Piepmatz raus. So, der kann jetzt hier erstmal scannen, die Jungs. Da ist noch irgendwas. Und da ist noch einer. Das war's. Okay. Da ist noch einer. Oh, da ist doch Big Bus. Das ist alles Stufe 2. Also gar kein Problem für mich. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen klüger hier angehen. Und nicht gleich hier jeden umzubringen. Oder uns nicht gleich jedem anzulegen. Ähm. So, die rennen da nur hin und her. Der fummelt da irgendwo drinnen rum. Jetzt zockt er sich da hin. Durchsuchen, durchsuchen. Erstmal alles nehmen. Okay, der... Der hat mich jetzt hier entdeckt. Toll, der ist jetzt auch wie schon und, äh... Der haut jetzt ab, oder was? Er hat richtig Schiss. Dann guck mal her, wenn du was siehst. Bitte take a look. Bitte take a look. Na dann los. Take my look. Die Deutschen setzen die sich da beide hin. Was machen die denn? Die kommen aber auch nicht her. Toll, das war's. Na danke. Dann klau ich ihr auf jeden Fall erstmal an das, was ich kriegen kann. Hä? Wer hat mich jetzt gesehen? Was ist jetzt hier das Problem? So, pass mal auf. Du kannst hier gleich mal nicht vergessen. Alter, das gibt's ja schon mal komplett gar nicht. Wo sind denn die anderen jetzt? Ah, guck mal. Da ist noch irgendein Wolf, oder was? Aha. Guck mal, ich hab tierische Verbündete. So, ja hier auf einen Zentimeter. Alter, hat er nicht gemacht. Der hat mich geschubst. Schubst und gilt nicht. Guck mal hier ran auf einen Zentimeter. So. Hey. Tschüss. Guck der nächste. Ach, siehst du mal? Ich hätte auch eigentlich mit meinem Bogen rumpauern können. Das wäre vielleicht die klugere Lösung gewesen. Jetzt, äh, haben wir hier den Salat. Jetzt haben wir hier diesen tapferen Fighter. Der hier. Und uns erstmal komplett penetriert. Alter, der gibt uns hier einfach mal ein bisschen Klössung. Und, tschüss. Ich hoffe, das ist angenehm so. Ey! Mal piste hier, oh du Scheißvieh. Das hast du jetzt davon. So, und jetzt? Gehen wir hier hin. Und haben Holz am Starrhaut. Ich und mein Holz. Alter, was du hier noch luden kannst. Hm, okay. Hier noch irgendwas Interessantes. Ja, gut. Gut regiert die Welt. Auch noch mehr, Alter. Abgeschlossen. Baumstamm. Schiffswerft. Gut. Dann. Haben wir das. Wie ist es hier eigentlich Puffy? Bin ich Puffy? Ich denke, es bin gut. Das ist eben schlechter als Mardin. Was, 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 was? Du kannst die ankacken mit dem Piepmatz. Aber das geht erst später, oder? Ist das nicht... Ankacken oder anhacken? Man weiß es nicht so genau. Alles ist möglich. Warte mal, ich... Warte mal, ich brauche mal mein Pferdchen hier. Wie reicht die nicht verfügbar? Was ist das für ein Scheiß? Das ist... Das ist ein... Das ist ein... Randhofenzentimeter. Alter, rabbel mich in die Jugend. Komm on. So. Gut. Also ist der Haken wahrscheinlich meine abgeschlossene Quest, die ich einfach nur noch abgeben muss. Ist das korrekt? MVP auf dem 200 Rüsterbruch. Danke. Danke dir. Ja, gut. So, jetzt springen wir mal hier. Sättel. Und... Junge Frau, ich habe Hüls für Sie. Ich hoffe, das ist okay. Keine Fülle, bin ich immer auf deinem Atzer. Das stimmt. Oh, Markus ist der wunderschöne Champion. Don't tell me, du actually did, was ich asked. Ich trage die Bandits und sende sie zu Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary. Aber ich kann das beweisen. I didn't expect you to believe me. So, I brought this. Here's your proof. Hier's ein Stock. Here's a sample of this special wood you want so badly. These bows you're making. I'd better be worthy of Apollo for the trouble I've gone to. By the gods. You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. Tja. Und was hat sie eigentlich für gelbe Augen, Alter? Was ist das denn für eine Augenfarbe? Gelb? Die ist doch... Die hat doch irgendwas... Die hat doch irgendwas mit ihren... Mit ihrer Leber, Alter. Die ist doch schon... Die ist doch hardcore Alkoholikerin. Irgendwas stimmt da nicht. So. Haben wir's erledigt. Jetzt ist da oben ne Story, aber wir haben natürlich auch... Oh, haben wir noch jetzt ein Schwert bekommen? Ne. Einen Stab! Uh-ha. Ja, klar. Warum nicht? Den möchte ich kurz mal in Aktion sehen. Alter. Wenn ich hier meinen Stab teste, dann hast du hier mir nicht vor der Flinte zu laufen, oder stehst du da jetzt. Oha. Nice. Gut. Ähm. Dann... muss ich jetzt aber trotzdem mir in eine neue Quest zu bringen. Und zwar... Auge um Auge. Das machen wir jetzt als nächstes. Wir müssen mit Marcos sprechen. Unseren besten Friend hier wieder. Guck mal, wir haben jetzt schon bessere Sachen wiederbekommen. So, das können wir mal zerlegen hier. Können wir das hier auch zerlegen? Ne. Schade. So, was haben wir hier noch? Toll. Gut, dass jetzt schon, ähm, unser Skype, äh, unser Twitch-Prime-Loot schlechter ist als das, was wir hier ingame bekommen. Dann... Lasagne. Bitte mal antraben. Aber sofort. Und dann gucken wir mal, was Markus so schönes für uns hat. Lzecho, grüße dich. Hallo, Redi. Hat was von einem GDA wie die Pferde vor den Leuten wegspringen. Oh, alter, aber voll die Hechtsprünge. Guck dir das an. Manuel Neuer ist ein Scheiß. Schade, dass es nur 120 Zuschauer da sind. Das Spiel ist super. Ja, gut, aber das, äh, ist halt leider so. So, wir reiten durch die Prärie und bringen Leute um. Schülpsen sie mit unserem Lasagne einfach um. Und ich schreibe mal wieder um auf um. Und sie gehen nach Hause an Bushido. So, ich kann nicht was klauen. Nur will ich das. Nein, wir klauen nicht. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder einen Helm auf? Das habe ich aber nicht aktiviert. Jetzt ist er wieder weg. So. Tag. Wut, die Bandits. Mein Freund, mein Freund. Dein Plan? Right. Die Cyclops und ich haben einen Schaden, um mich zu zutaten. Das gleiche Schaden als du, mein Raff- und Tumble-Friend. Er wäre nicht nach mir, wenn es nicht für dich gewesen wäre, mein Freund. He, he, er ist richtig. Aber ich versuche, das wird ein Ende für ihn. Wenn er uns in den Schaden schreibt, dass er uns nach uns schreibt, dann werden wir sicher, dass sein letzterer Tag heute war. Ach, du Scheiße. Dieser Streit ist albern. Nein, es ist nicht eine Krieg. Es ist ein Pissing-Match. Du kennst einfach wie mich schützt, Alexios. Es ist nicht so schwer. Ich glaube. Denkst du, was der Cyclops value am meisten? Er ist der Mann? Er ist der Land? Er ist der Schaden? Nein, er ist der Obsidian Eye. Du bist der Punkt, Markus. Oh, gut. Wir werden ihn verletzen. Du bist verrückt? Du gehst ihn, dann du ihn verletzen? Er hat ihn, das bedeutet, dass wir gewinnen. Dann geht es auf den Markt. Wir töten zwei Pächer mit einem Obsidian Eye. Er ist besser halten, oder er wird beide Augen verletzen. Nein, nein. Es muss sein, ohne die Cyclops zu wissen. Du kannst nicht sehen. Dann wird mein neues Brot in der Hand. Er hält die Augen in seinem Haus. Es ist zu wertvoll, um rauszuhören. Eine wiese Wahl. Bis du ihm die Errung seiner Weg zeigen möchtest. Warte, um das Sonne zu setzten. Sneak in. Und dann bring mir das Auge. Also... Ich habe schon mal schlechtere Pläne gehört. Von daher bin ich da aber mal voll dabei. Wir klauen jetzt dem Einäugigen sein altes Auge. Warum nicht? You wound me, Alexios. It's your defining trait. Bring me the eye and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Keiner kann mich sehen. Pull this off. Grafe sieht ja schon mal gut aus. Ist das von der Map her ein Abklatsch von Assassin's Creed Origins? Was heißt denn von der Map her ein Abklatsch? Ähm... Also, nein. Weil es ist ja ein komplett anderes Land. So. Weil Origins war ja in Ägypten. Und wir sind ja jetzt gerade in Griechenland. Ähm... So, daher... Ist das denn schon mal... Doch was anderes. Aber so vom groben Spielprinzip hat man sich da schon an den letzten Teil orientiert. Was aber ehrlich gesagt nicht schlimm ist. Weil ich den letzten Teil ziemlich gut fand. Ähm... So. Jetzt müssen wir nochmal kurz Lasagne rufen. Mit Lasagne uns wieder zum Ort des Geschehen. Flirt. Lasagne! So, Questziel. Okay, jetzt reiten wir da hin. Aber! Wir machen jetzt mal ne kurze Pipi-Pause. Denn ich muss nämlich mal. Und ich hoffe ihr auch. Äh... Holt euch also schnell noch was zu trinken. Guck mal. 58%. Da geht noch was. Vielleicht können wir nach der Pipi-Pause ja mit dem... Äh... Mit dem Deutsch-Paket weitermachen. Also. Kurze Pause. Holt euch was zu trinken. Geht pullern. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Pipi-Pause! Auf Wiedersehen! Red switched. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er lebt noch. Das war kein Problem. Lasagna. Nee. So. Ich würde mal zum Ziel reiten. Ich hoffe, der nimmt jetzt das richtige Ziel und nicht das Questziel. Stabiler Busch. Das war eine kleine Nudel. Also. Seid doch mal nicht so. Dafür kann man nix. Bist du noch nähe des Ziels? Jetzt schon? Scheiße. Ich wollte das noch gar nicht machen, das Ziel. Okay. Okay. Da werden wir auf jeden Fall die Leute killen und das Loot uns besorgen. Aber vorher will ich da hin. Zu dem anderen Ding. Kartenmarkierung. Jawohl. Jetzt. Ich habe nichts anderes als ProSiebenMax, um mir wie zu schauen. Ich höre meistens eher auf andere und bilde mir selbst ein Bild. Äh, eh nicht auf andere und bilde mir so zu. Ja, so macht man es auch am besten. Und, ja, guck. Wo sieht man jetzt? Lieber ein Pferd unterm Arsch als ein Pferdekuss im Ring. Schallkabel, frischer Sub. Oder, sagen wir mal, er wieder zurück war. Schallkabel. Vielen Dank. Willkommen. Welcome back. Äh, Forbes, grüß dich. Mann, ich mir heiß. Äh, frühere Sinabella hat Pausenzwang. Oh, keine Ahnung. Das ist ich doch nicht. Das ist ich doch jetzt nicht. Ich glaube, ich habe den aber noch. Fly away. War das? Fly away hieß der, glaube ich. Ich glaube, das war das. Kommt noch ein Video zur ersten NXT UK Show von dir? Ich denke nicht. Wenn ich damit anfange, muss ich das ja jede Woche machen. Und die Zeit habe ich ja gar nicht. So, Lasagna hat mich gut hierher gebracht und, äh, haut jetzt wieder ab, oder was? So, und das? Ja, ich bin da gewesen. Tschüss. I got love of my... War das nicht fly away? Ich glaube, das war das. Ich kann es euch raus holen, Freunde. So. Synchronisieren. All right. So, der Tumorale kommt rein und begrüßt nur Big Dog, Lady. Okay. Okay. Das werde ich mir merken. Scherzi Grima, WWE. Ja, besser ist das. Shazam hilft. Ich kann euch das auch sagen. Ich habe, ich habe auf jeden Fall die Ebene noch mit dem, mit der Werbung. Und da ist ja das Dings auch noch drin, ne? Ähm, er schüttet hier erstmal sein Leben. Lasagne! Komm auf den Zentimeter, damit ich dich essen kann. So, jetzt können wir wieder zurück reiten. Jetzt kommen wir wieder zum Köstziel. Der davor, da gab es noch einen. Das war vor anderthalb Jahren. Keine Ahnung, warte mal. Ähm. Spannende Musiken Spannende Musiken Love will find a way, heißt das Lied. Warte mal, copy. Schließen. Nein. So, warte, ich hau das mal hier kurz rein. Das war das Cinebella-Lied. Das heißt, love will find a way. Wolltet ihr das? Meintet ihr das? Das müsste das eigentlich sein. 72% übrigens. Von Deutsch-Pack. Das war ein anderes. Ne, das nicht. Das ist aber das, was wir bei dem Bella-Ding dran haben. Sehr, dass du einen Gabs-Ding-Song. Entschuldigung. Ähm, na, ihr könnt mir ja mal, ähm, ihr könnt mir ja mal von meinem Gaming-Kanal einen Ausschnitt davon zeigen. Und dann finde ich bestimmt das Lied. Wenn ihr jetzt wirklich nicht rausfindet, wie das heißt. Dann schickt mir mal über Discord einen Link zu dem, zu, äh, zu dem Teil auf meinem Gaming-Kanal. Wo das Lied zu hören ist. Und dann, ja, zum Beispiel hier. Den, den Timestamp, den Fops, den schickst du mir einfach auf Discord. Und, oh, hier steht ja einer. Ähm, und dann kriegen wir das auf jeden Fall organisiert. Sind die jetzt alle reingegangen, oder was? Ah, wir haben noch eine große Kiste hier gefunden. So. Nun pfeifen wir mal. Und dann kommt dieser Pinsi hier angelaufen. Und dann kriegt er mal schön einen in Flöten und in Köpperinnen. So. Da ist wieder einer. Ups. Dann wird er sich natürlich wundern, was jetzt hier los ist. Deswegen pfeifen wir einfach nochmal. Das hat jetzt schon gut geklappt. Jetzt kommt er hier her. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrt, was hier los ist. Und auf Wiedersehen. Oh, fuck. Der lebt noch. Alter. Okay, das war's. Mal wieder komplett. Scheiße. Hm. Wieso war denn der jetzt so viel stärker als der andere? Warte mal, da drüben laufen sie rum. Ich muss ja sowieso alle ausschalten, ne? Ist das ein richtiger Busch? Ja. Oh. Guten Tag. Ja, gut. Ups. Oh, Mann. Ich will immer... Ich will eigentlich immer pfeifen. Aber... Das funktioniert nicht so richtig. So, da läuft noch einer. Der kriegt jetzt auch erstmal komplett übern Zimmer gehauen hier. Zack. In den Arsch geschossen. So, und jetzt haben wir noch den. Und dann, äh, war's das doch schon, oder? Haben wir sie doch schon alle kalt gemacht hier. Der Kaltmacher. Oh, kaltmacher, Junge. So. So. Ey. Was ist mit ihm los? Bleib wo du bist. Ich glaube, da wird noch mehr Blut, wenn du steckst. Vielleicht. Aber dann, du wirst nicht hören, meine Präposition, Mistius. A clean slaughter. Sehr gut. Ich habe viel Sympathie für die Menschen, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Employees. Now ex-employees, ich glaube. So, you don't work for the Cyclops. You're kind, aren't usually believers of myth. Not the monster. The man. You are an outsider. Why are you here? Indeed, I'm not from Cephalonia. I'm here because what I'm looking for is. Was suchst du denn? You'll follow me, Alexios. Hä? Wieso weißt du, wie ich heiße? Hm. Who are you? How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me is in yours. My prized possession was stolen and brought to Ithaca. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back. What? That's the whole penelope? Penelope? The wife of Odysseus. You're joking. A piece of it, yes. Impossible. If it existed, it would be priceless. Which is why I wanted that. Yeah, I'm priceless. Ithaca is not a small island. I need more information. I started the home of Odysseus. Well. What's left of it? An inspiring tale. A reunion of past lovers. Ich bring's die zurück. All right. Warum sollte ich das machen? You don't expect me to be easy. That's why it will cost you. Then it's agreed. There are all boats in the harbor. Use it. It's not meant for open water. So be wise. When you have the shroud, meet me in the temple of Zeus. I will. Oh, and Mr.ius? Don't fail. Okay. We're going to have a new job. We're going to have a new job. But Daran sieht man auf jeden Fall, dass der Typ ein Söldner ist. Jeder, der irgendwie ein bisschen Kohle ein bisschen Kohle lockt. Da ist er dabei. Da stellt er nicht viele Fragen. Da sagt er einfach mal blind links ja. Letztend will ich mir mal noch die Kiste holen. Wenn ich mich hier schon reingeschnetzelt habe, dann will ich zumindest auch bezahlt werden. So. Durchsuchen, durchsuchen und durchsuchen. Naja. Zumindest etwas. So. Okay. Verlassen das Haus. Jetzt muss ich also da irgendwie auf die nächste Insel kommen. Und da ist ganz zufällig auch ein Hafen. Den können wir doch da schon mal hinrennen. Er ist ein Callboy. Ja, quasi kann man das sagen. Er ist aber eine richtige Lütte. Das Spiel gefällt mir ganz gut. Ja, mir auch. Vor allen Dingen ist es gerade, also jetzt so am Anfang ist es irgendwie es ist noch so so gechillt. Jo, mach das. Jo, kein Problem. Dann gehe ich da hin und dann mache ich das. So, ne? Also es ist jetzt nicht so die ganze Zeit Knallpuff-Peng in die Fresse sondern ist halt schon chill erstmal und das hast du jetzt zu tun und mach einfach. Mach dein Ding. Einfach Martin als User. Na, ich bin auf meinem eigenen Discord-Server. martingrow.de slash discord und da findest du dann auch mich. Soll ich das Boot dann nehmen oder welches Boot soll ich denn nehmen? Warte mal, ich kann ja erstmal ach ne, die Quest hab ich schon aktiviert. Die Diebe sind noch in der Nähe von ist das das Boot? Kann ich unendlich lang schwimmen? Mal gucken. Boah, jetzt die ganze Scheibe nass. Kann ich auch rüberschwimmen? So weit ist das jetzt auch nicht. Ups. Er kann sogar angreifen. Kann ich auch tauchen? Hui. Freund, hier sind ja die unviele Fische. Okay. X kann ich noch ein bisschen schneller schwimmen. Aber hier... Oh. Hier komm ich auf jeden Fall drauf. Kommando übernehmen. Tja. So. Und das war's auch schon wieder mit unserer Überfahrt hier. Toll. Einfach toll. Hoppala. Äh. Das tut mir natürlich leid. Ich hab mir hier ein bisschen auf Grund gelaufen. So, Piematz. Du musstest wieder rausreißen. Die legendäre Schraube. El Pinoor war in der Linie. So, was kann man hier noch alles finden? Hä? Hier ist noch Loot. Okay. Aber kann ich mich hier auch durchschnetzeln? Oder... Sollte ich das auch lieber ein bisschen geheim machen? Gibt's noch ne Quest? Okay. Da ist auf jeden Fall der stärkste. Und zudem muss ich natürlich auch. Ist ja klar. Naja. Dann... Können die Piet mal zurückkommen? Kümmern wir uns doch mal drum. Oh. Okay. Ganz ruhig. Vielleicht lieber eher auf Nummer sicher gehen. So. Und da ist noch ein Typ. Warte mal. Der Pietmals hat noch irgendwas. Das sind ja noch mehr Leute. Hm. Aber muss ich den töten? Ja, scheiße. Den muss ich töten. Der hat das sogar. Der hat wahrscheinlich dieses Grabtuch. auch. Oh, fuck. You don't belong here! Fuck. 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 So. Ups. Mann, ich will nur mal pfeifen. Komm her, ja. Und tschüss. So. Können wir hier hoch? Äh. Krieg ich den mit einem Attentat gekillt? Nein. Schleichangriff. Ich will ja keinen Schleichangriff machen. Ich will den mit einem Fallschaden einfach töten eliminieren. Nee. Ja, ich kann den anderen nicht anvisieren. Eliminieren. Ich kann's versuchen, aber... Ach nee, jetzt wird der hier unten angezeigt. Schade. Okay, dann machen wir es doch ein bisschen ruhiger. Dann killen wir sie alle nach und nach. So, wie der jetzt schon irgendwas gehört hat? Nein, komm auch her hier, du Vogel. Ach, scheiße. Komm ich von hinten ran? Okay. Kill ihn! Kill ihn noch mal! Oh, das wird... Das wird's jetzt nicht werden. Ah! Da bin ich schon tot. Gut. Gut zu wissen, das war schon mal das Ende von allem. Schade. Ich hätte es vielleicht mit dem Bogen machen sollen, war? Ah, fuck! Ich hab mir gedacht, hä? Es juckt ihn nicht, dass er einfach mal von mir oben nicht beschossen wird? Beschissen wird? Letzten Spiel... Speicherstand da? Nicht auf, wir haben einen. Abhauen ist der Weltmeister. Gut. Funktioniert immer, die beste Strategie ist es, die... Ist ja auch geil. Der Nickel. Hallöchen. Das war scheiße. Aber ich sollte versteckt bleiben, wenn ich nicht in Einkampf geraten will. Verstehe ich. Problem daran ist aber nur, dass der Typ den... der dieses Grabtuch scheinbar hat, den muss ich ja umbringen, oder nicht? Ja, also der Typ hat das auf jeden Fall... Muss ich die noch umbringen? Ich verstehe es nicht. Der wird mir das bestimmt nicht einfach so geben, weil er nett ist. Würde ich jetzt mal so schätzen. wie normal ist, was hinkriegt. Aber die Leute alle nach und nach ausschalten, ist doch wahrscheinlich auch nicht so dämlich. Ach scheiße, das ist schon mal der Stärkste hier in dem ganzen Verein. So, jetzt looten wir hier schon mal die Giste. Jagdmontur und einen kaputten Helm. Naja. So, warte mal, ich will nur mal gucken, ob ich... Ja, guck mal, ich kann den noch nicht mal mit meinem jetzigen Bogen killen. Scheiße. Also für die Zukunft, wir brauchen einen, nimm dein Schwert, wir brauchen einen besseren Bogen. Meinst du, mein Schwert ist krasser? Ja, doch, stimmt. Dann... Wurden wir gerade gesehen. Scheiße. Aber der guckt wahrscheinlich wieder nur und... Ja, dann gibt es ihm wieder nicht. Okay. Wurden wir wieder gesehen, aber irgendwie... Schütze mich mal wieder nicht. Zack. Close line. Wunderschön. Ich würde sagen, wir machen die alle nacheinander so kalt, oder? Nazareno, grüße dich. Du musst ihn töten, ja. Scheiße. Dann... Dann... Gehen wir mal noch ein Meter ran. Töten wir erstmal diesen Vogel. Zack. Hau dir mal eine schöne Close line hier rein, ey. Kannst du nicht meckern. So, jetzt steht da einer, aber den kriege ich jetzt gerade nicht... Nicht ran. Hä? Wie jetzt? Was ist denn jetzt los? Wieso kommen die jetzt hier? Was habe ich jetzt gemacht? Was ist denn jetzt euer Problem, bitte? Ich... War das nicht. Ich habe hier wirklich nichts verbrochen, ja? Guck mal nochmal, bitte. Okay, vielleicht habe ich doch was verbrochen. Oh, nee. Guck mal. In dem Schwert ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Schnetzeln, ja? Mann! Fuck you. Ja, komm. Zack. Ich gehe mal hier kurz vor. So, jetzt. Komm, weiter. Komm. Bam. Nein, 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 nein. Wow. Hilfe, 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 Hilfe. Wow. Jetzt kommt nur noch einer. Genau. Wieso wird meine, meine, äh, Dings nicht, nicht besser? Dann kriege ich nicht ein bisschen Gesundheit dazu. Was ist da los? Ich habe dich gefunden. Audio-Sprachpaket wurde hinzugefügt. Titel muss, äh... Jetzt nicht. Jetzt bin ich hier gerade am kämpfen. Aber gut zu wissen. Und da geht er mal wieder down. Und da geht er mal wieder down. Schade. Wie man, äh, so schön sagt. Das ist, äh, natürlich nicht so geil. Nein, die Grafik erinnert mich ein bisschen an das Ormond. Okay. Äh, das ist aber schon ein paar Tage her, muss man sagen. So, gut, dann können wir jetzt aber speichern. Wenn ich jetzt jetzt hier auf der Reihe kriege, darum speichern. Einen Spielstand erstellen. So. Und dann gehen wir zurück ins Titel-Build. Yes. Und es wird hier schon geschrieben, ja. So. Okay. Start. Äh, wir kommen zurück. Löse gratis-Belohnung für frühere Ubisoft-Spiele ein, die du gespielt hast. Sammle Ubisoft-Units, indem du... Äh. Okay. Es wird jetzt eh wieder Stunden dauern, deswegen kann mir das jetzt auch erstmal scheißegal sein. So. Trotzdem nice. Ja, es ist auch ein feiner, ein feiner Spiele-Mensch. So. Wie stelle ich das jetzt ein? Funktionen. Audio. Sprache wahrscheinlich. Gesprochene Sprache. Deutsch. Jawollo. Okay, oder Titel brauchen wir damit denn nicht mehr? Und... Und... Und die, äh... Sprache ich ja... Geil! Alter, Toys for Big Voice macht gleich mal weiter hier. Äh, 5 Euro Donation vermuten. Vielen Dank. Er baut seinen Vorsprung aus. Titelverteidigung, würde man sagen. So. Okay. Fortsetzen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie die Synchronisation ist. Ich wette, wir rasten gleich alle aus und sagen, okay, wir stehen jetzt wieder auf Englisch, weil... Ich glaube, das wird jetzt nicht gut. Spartanische Mädchen wurden auf... Ach, schade, das war ein guter Dings. Spartanische Mädchen wurden auf Kosten des Staates in Gymnastik, Musik, Tanz und Lesen und Schreiben ausgebildet, um gesunde Söhne und Krieger zur Welt zu bringen. Finde ich an sich erstmal keine schlechte Idee. Opferungen waren ein häufiges Ritual im antiken Kirchenland. Sie erlaubten Zwiesprache mit Göttern und Helden. Ist ja auch nicht schlecht. So. Okay, dann sind wir jetzt gut vorbereitet und machen es einfach nochmal. So, wir rüsten uns wieder unser Schwertchen aus. Das hat auf jeden Fall viel besser funktioniert. Und dann holen wir nochmal unseren Piepmatz und der kann hier nochmal schön einen loslegen. So, zack, 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 legendäre Tum, blablabla. Alles schön, alles toll hier. Muss auch irgendwas sein. So, juckt mich alles nicht. Aber warum haben die mich... Ich müsste vielleicht, weil ich so einen Typen da vorhin einfach so gekillt habe, den hätte ich wahrscheinlich auch ins kohle Gras locken müssen, wie Pokémon. Ich wusste nicht, dass der Palast des mächtigen Odysseus hier stand. Ah, jetzt habe ich übrigens... Hä, was ist denn herzkomisch? Aber wir haben jetzt die deutsche Sprachspur. Deswegen... Erstmal ein kleines bisschen ungewöhnen hier. Kommt der jetzt? Bin's gerade umgedreht, als ich es gefunden habe. Aber mehr passiert jetzt nicht. Jetzt... Das war doch ein Mensch. Schauen wir mal, ob das Mensch war. Ich würde sagen, nee. Oder doch? Jetzt warte mal, hier drüben ist noch einer. Was? Das ist gerade eine Frau. Und tschüss. Scheiße, der andere hat's gesehen. Der andere hat's gesehen. Oh, schnell! Attack ihn! Oh, hoppala. Oh, jetzt werden die alle weggemetzelt, Alter. Jetzt kommt schon wieder der nächste raus. Ah, fuck. So, wieder einige für finanzielle. Verschaukeln, oder was? Verschaukeln, ich verschaukel dich gleich. Ich verhaukel dich vielleicht. Jetzt werden sie alle gekillt, Freunde. Jetzt werden die hier am laufenden Band gekillt. Wie am Fließband. Hier, der nächste läuft vorbei. Das kann doch nicht normal sein. Und zack! Wiedersehen. Weiter geht's. Der nächste bitte. Der nächste Herr, dieselbe Dame. So. Und zack! Zack, zerab! Scheiße, bevor der Fünfer kommt. Schnell, 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 schnell. Bevor der Fünfer das sieht. Schnell! Verpiss dich! Der soll mal ganz schnell verschwinden. Das mag ich ja gar nicht. Jetzt hab ich schon alle soweit getötet, Alter. Jetzt kommt der an. Och, nö. Komm, geh weg. Ja, komm, geh weiter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Brauchst du gar nicht so rübergucken hier, du Penner. Hier gibt es nichts zu sehen. So, jetzt rennen wir noch mal rin. Weiter. Hm. Zack! Und gleich schon mal einen reingeschnippelt. Und weiter geht der Spaß. So, mein Freund. Jetzt ist aber Ritze im Karton. Oder auch nicht. Das könnte ich schon noch nicht kontern. Oh Gott. So, immer Ringe, Ringe, Schnetzel. Heute gibt's feines, wie Schnetzel ist. Achso, ich kann den ja mal anvisieren. Oh, zack. Und tschüss, du Null. Ja, vollo. So. Ja, jetzt, wo wir schon mal so viel getötet hier haben, können wir uns eigentlich auch noch mal ein bisschen bedienen. Oder auch nicht. Jetzt haben wir hier schon so gut gearbeitet. Jetzt holen wir uns noch hier die Boxen da. Warum nicht? Kann man alles, kann man aber alles mitnehmen. Da darf man sich nicht so haben. Muss man denn auch mal sagen, gut. Wenn man schon hier... für Mord in Knast kommen, dann soll Diebstahl auf jeden Fall nicht das Problem sein. Stärkte Lederhandschuhe, okay. Kann man machen. Schauen wir mal, was wir noch so schönes haben. So, der starke Typ läuft da wieder rum. Die geht aber trotzdem mal aus dem Weg. So. Jetzt gehen wir da wieder rein. Und holen uns die Kiste noch. Zack. Oh, ein geilerer Bogen. Das gefällt mir. Na, endlich mal. Endlich mal was, was ich auch gebrauchen kann. So. Oh, ich hab'n Speer gefunden. Nice. Aber der Bogen, der ist doch was. Gucke mir das mal anfahren. So, dann kann man den anderen zerlegen. Und wir haben hier auch neue Arm-Dinger, die wir aber auch noch nicht tragen können. Ah, guck mal, wir haben schon wieder andere. Okay. Fähigkeiten können wir auch schon wieder hochsetzen. Nahkampfwaffen, Standardpfeile richten für 15 Sekunden Giftschaden an. Ah, beschwunden hat hier das Weitsicht, um alle Geheimnisse offenbaren. Okay, das mach' ich. Das gefällt mir nämlich. Jetzt, wo ich so viel loote hier. Wie ein Weltmeister. Was ist das denn? Uralte Tafeln. Okay. Na dann, kann man ihn wieder abhauen. Oh fuck. Wieso läuft denn der da? Wieso läuft der ja? Hm. Komisch. Egal. Ich hau ab. Ah, mein, mein Boot? Achso, da drücken wir jetzt noch ein Boot. Ich muss schon sagen, das hab' ich doch hier auf Land versenkt. Mh, mh, mh. Der Busch ist so unbesiegbar. So ist es auf jeden, ey. Ähm. Ähm. Das Spiel hat was von Herr der Ringe und die zwei Türme für PSO. What the fuck, Alter. Das ist ja mal richtig oldschool. Ähm. So. Habt ihr eigentlich den Assassin's Creed Film gesehen? Wie fandet ihr den? Nazareno. Ich hab ihn geguckt. Und, ähm. Ich fand ihn als Fan der Assassin's Creed Reihe, fand ich ihn cool. Aber, wenn man die Spiele noch nie gespielt hat und sich in dem Universum nicht auskennt, finde ich, bringt der Film auch nichts. Also, dann schnallst du den Film nicht. Also, ich hatte so das Gefühl, wenn ich nicht wissen würde, worum es geht, dann würde ich nach dem Film auch nicht wissen, worum es geht. Also, dann war ich eigentlich komplett verwirrt über den Film. Aber für, klar, der hat halt nicht so gute Kritiken gekriegt und so. Aber, ich fand, der ging schon. Also, ich hab schon deutlich schlechtere Filme gesehen in meinem Leben. Jetzt hat er wieder den Helm auf. Jedes Mal, wenn ich irgendwas umziehe, hat er wieder den Helm auf. Warte mal, da gibt's wieder eine Mission, aber die muss ich, glaube ich, nicht machen. Achso, warte mal, da ist er jetzt. Geben wir mir jetzt sein Grabtuch? Mal gucken, was er uns dafür gibt. Mal gucken, was er uns dafür gibt. Cash! Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht? Klopapier! Teori Rang bedeutet mir nichts. Ich bin Söldner und kein Mörder. Hm. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also. Ich hab's da. Wer ist dieser Feldherr, der ist dieser Feldherr, der ist nicht schön, sondern der kann sie mir etwas... Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Findest du das Spiel bis jetzt echt gut? Ähm. Sollte ich etwas über Megares wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn... Guckst du Star Trek? Nein. Nicht wirklich. Beim Tauchziehen zwischen Korinth und Athens... Mit Lunatic Fringe und seinen Tränen bei dir, wenn er kommt. Vlog haben schon passende Titel von dem Vlog dann. Lunatic Fringe im Wrestling Gym? Ähm. Aber der kam nie. Wie so häufig. Einer von Millionen, die sich angekündigt haben und nie erschienen sind. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch ein Boot. Cookie MP3. Sechs Monate Resort. Halbes Jahr. Sehr geil. Dankeschön. Und R1234 Ello. Willkommen im Livestream. So. Ich hab ein Boot. Ich hab kein Boot. Ähm. Warum ist da so ein... Gerechtigkeitssymbol? So ein Rechtkram hier? So eine Waage? Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich gar kein Boot habe. Aber hier... Mir eins klaue oder so. Ich sag jetzt mal, ich hab kein Boot. Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen. Selbst für dich. Ich besorge eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und... Wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor. Und der Wolf steht auf der falschen Seite. Okay. Volle Eskalation von Toys for Big Boys. Nummer 6,11 Euro hier rausgehauen. Warum auch immer so eine krumme Zahl. Aber... Damit... Unser heutiger Champion des Tages. Toys for Big Boys. Der hier wieder Doppelchampion ist. Glückwunsch, geht raus. Ähm... Dass deine Seite die richtige ist. Ich will... Ach, passt schon. Ich häng mich jetzt nicht in irgendeine Kriegsgeschichte. Wenn deine Arbeit getan ist, dann kommt zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Focus. So. Jo, war nice. Gib hin, feiern morgen meinen 18. Oh, geil. Dann lad mich ein und deine 18-jährigen Freundin natürlich. So, der große Bruch. Ich brauche ein Schiff. Und noch einen. Noch ein Fünfer für das Boot. Auf jeden. Alter, da muss ich auf jeden Fall ordentlich in die Tasche greifen. Ich muss mir wahrscheinlich eins klauen. Ich mach mal raus. Aber, nochmal hier. Ein Fünfer erhöht, Alter. Fertes Dankeschön. Krasser Typ. Champion aktualisiert sich gerade. Nicht laut gleich. So wird es sein. Alter, der haut hier wieder raus. Der haut hier richtig raus. Der haut hier raus wie... Keine Ahnung. Der große Bruch. Ich bin doch gar nicht Level 5, oder? Was ist denn das hier drüben? Nein, die Odyssey. Angebot war zu schön, um wahr zu sein. Verhindere für ein hübsches Sümmchen, dass der Wolf von Sparta... Nein, nein. Nur die Runde kannte niemand. Zugehörige Quest an offene Schuld. Achso, okay. Dann machen wir das. So. Der große Bruch. Mach doch erstmal die Aufträge auf der Insel. Äh, auf der Insel, auf der ich mich jetzt gerade befinde? Aber ich mach doch hier nicht jeden kleinen verschissenen Nebenauftrag. Da wär ich ja ewig beschäftigt. Oder meinst du die Quest, die jetzt hier so normal sind? Aber es kommt ein Schiff gefahren. Wird wahrscheinlich schon mit meiner jetzigen Quest zu tun haben. In den Fußstapfen der Götter. Eine kleine Odyssey. Also ich will jetzt hier echt nicht hier Nebenquests machen. Ganz ehrlich. Gottmog. 316. Give me hell, yeah. Alter, dankeschön. Gottmog haut 3,16 Euro raus. Einfach mal auflasten. Warum nicht? Eure krummen Zahlen hier. Den, 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 das verstehe ich aber auf jeden Fall. Ein High für die Überfahrt. Ne, ich mach jetzt hier nicht jede Nebenmission. Solltest du aber. Solltest du aber. Ey. Ich weiß. Das Ding ist aber, dass ich. Das nicht machen kann. Ich. Muss irgendwann. Irgendwann. Auch das Spiel durchspielen. Wenn ich jetzt jede Nebenmission mache. Egal wie cool die ist. Dann werde. Wow. Wieso brennt denn das Pferd jetzt? What the fuck? Warum brennt das Pferd? Geht das nun alleine aus? Oh, Alter. Hier. Aus. Aus. Ist ausgegangen. Er macht erstmal voll einen auf. Hier. Wie heißt der? Ähm. Devil. Ist geil. Dieser Totenkopftyp von Ghost Rider. Genau. Ah. Krasser Typ, ey. Okay. Okay. Ähm. Das hat mich kurz verwirrt. Wo war ich? Fehlen dir am Ende Level? Ohne Quest würde ich die nötigen Level später nicht haben. Okay. Aber dann kann ich doch lieber später die Nebenmissionen machen, die mir mehr EP bringen. Anstatt jetzt schon die kleinen Nebenquests zu machen. Wenn ich denn später wirklich nicht rankomme. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt wirklich alle Nebenmissionen mache, dann werde ich noch nächstes Jahr dieses Spiel spielen. Und wir haben ja auch noch Red Dead Redemption vor uns und noch andere viele Spiele, die wir hier spielen wollen. Und ich will ehrlich gesagt nicht Assassin's Creed. Also ich will schon, dass wir November Assassin's Creed durchhaben. Wieso muss ich mich jetzt bedenken halten? Warum bin ich jetzt hier? Okay, ich will doch aber da hoch. Jetzt bin ich wohl komplett falsch. Ich suche doch nur ein Boot. Oder kann ich das hier klauen? Guck mal, da ist ein Typ. Der gibt mir schon wieder eine neue Mission, oder was? Oder nee, zu dem muss ich doch, oder nicht? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Sprich mit dem Schiffsbauer. Aha. Also ist der Typ da oben der Schiffsbauer. Dann macht es doch mehr Sinn, wenn ich außenrum gehe, oder? Anstatt hier einmal durch die komplette Dings zu laufen, wo hier einfach mal nur Gegner sind. Wir machen es mal so. Gehen mal eine Runde baden. Und da ist ja so ein komischer Aufgang. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie schneller hochkommen. Schauen wir mal. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. So, jetzt gehe ich hier rein. Und jetzt? Können wir hier durchschwimmen? Alter, ein Waterfall. Das ist auch noch eine Höhle. Okay, habe ich mich jetzt hier komplett irgendwo rein verirrt, wo ich es gar nicht zu suchen habe? Oder was ist denn jetzt los? Du brauchst Licht. Du musst mir eine Fackel aus. Äh. Oder ich brauche doch kein Licht. Das ist doch nicht mehr. Okay, wir haben uns auch mal komplett verirrt. Geht er jetzt hoch. Ah. So geht's. Da ist er doch. Oh, Schlingel. Grüße aus dem Harz, Junge. Es geht. Klar, mach ich. Alter, die Lampschwit. Geil. Ja. Deswegen muss ich das hier auch. Du siehst reich aus. Die Mund scheinen. Dann stecken sie. Geht lockt gefahren an. Aber ein erfolgreicher Verbander, der mir genug bieten sollte, damit ich interessiert bleibe. Du hast ein gutes Auge. Wo ist das Problem? Es ist mein Bruder Orneus. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte ihn kommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Ich rette ihn. Ich will ein Schiff. Ich will das Schiff haben. Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Rachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kephalinia versteht. Ich bin aber keiner. Ich will ein verfickter Schiff haben. Okay, aber da unten ist sie auf jeden Fall. Ähm. Ich glaube, du folgst der falschen Quest. Die Hauptsache ist über 700 Meter weg. Äh. Die haben wir angezeigt. Ja, aber da ist sie doch. Okay, du hast recht. Ich dachte, das ist der Schiffsbauer. Aber es ist wohl wirklich die falsche Quest. Aber jetzt machen wir auch wahrscheinlich mal neben den Quest. Äh. Das war natürlich komplett Absicht und so geplant. Deswegen ist das gar kein Problem für mich. Am besten, ich mach die wieder alle aus dem verborgenen Kalt hier. Ähm. Ähm. Ganz schön viele Leute, muss man mal sagen. Alter, was ist der Piepen, hat sich alles entdeckt, ey? Ähm. Ähm. Ah, guck mal, da unten ist er doch. Hm? Ähm. Der kommt jetzt hier an. Dann wird er hier getötet. Haltkars und Tschüss. So, die da drüben. Hoffentlich machen nichts. Und es scheint noch irgendwer rumzulaufen. Ach du Scheiße. Besser wäre natürlich... Zu viele Leute. Alter, jetzt kommen die auch noch. Hier ist ein bisschen zu viel los gerade. Die will ich eigentlich nicht alle auf mich hetzen. Und er ist auf jeden Fall hier ein Richterbrecher. Sollte ich da auch aufpassen. So, wenn die aber weg sind... Dann kann ich den hier mal ranpfeifen. Und dann... Kann ich den hier auch töten. So. Dann kann ich zudem... Hier jetzt einfach noch eingehen. Und rausholen. Okay, er läuft einfach mal los. Deswegen sollte ich... Dein Bruder schicken. Und gucken, dass... Lauf, 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 lauf. Und wenn das Geld deines Bruders nicht gäbe... Hau ab! Nein! Komm mit. Bleib in der Nähe und halt den Rand. Komm schon. Ich weiß nicht, was ich machen muss, damit er... Fuck. Ich töte ihn selbst. Oh, er ist tot. Ja. Das war's. Das war's. Schön, es bleibt nicht. Er ist tot. Und jetzt? Hä, die müssen wohl aber nicht abgeworfen. Okay. Das tut mir jetzt natürlich auch leid, muss man sagen. Ähm. Tja. Ach, scheiße. Was soll ich mit dem jetzt hier? Ähm. Ja. Gut. Das war nix. Jetzt kannst du dich dem wichtigen Ding widmen. Kann ich den hier mit zum Klettern hochnehmen? Kann ich den wieder ökne? Ich will jetzt hier nicht stehen bleiben. Ich hau jetzt hier ab. Und, äh... Sag dem, dass mir ein Malheurchen passiert ist. Da wird er doch wohl Verständnis für haben, oder nicht? Hallo. Ähm. Du. Wie soll ich sagen? Ach, vielleicht töten wir den auch gleich hier. Und tschüss. So. Also. Was kann ich denn jetzt dafür? Kann ich den umbringen? Der hat mir ja gerade eiskalt gedroht. Du drohst mir nicht nochmal. Okay. Ich kann den Auftraggeber umbringen. Ist das so klug? Ich weiß es nicht. Aber der hat mir ja wohl eindeutig gedroht. Und das. Können wir ja nun nicht, äh, auf uns, äh, sitzen lassen hier. Also da werde ich aber, äh, ganz schnell böse. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu diesem komischen Dings komme hier. Achso, hier geht's unten rein. Oh, ein Grab. Oh, der. Oh, der. Oh, fuck. Toll. Hm. Naja. Gut. Haben wir das auch erklärt. Erklärt und geklärt. Da ist vielleicht ein bisschen was schiefelaufen. Muss man sagen. Alles nicht so, wie wir das gerne hätten. Aber. Achso, warte mal. Nebenkürz. Oh, der ist hier kürz. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, ich bin wirklich komplett falsch. Lasagna. Alter, Lasagna. Ja, dann, äh, gib mal Kit. Alles. Gibt sich hier eine Straße? Ist das hier nicht eine Straße? Mann. Mann. Lasagna, du wirst doch wohl hier irgendwo eine Straße finden. Äh. Zu dick für die Spalte da. Oh, shit. Hoppala. Oh, nein. Scheiße. Scheiße. Äh. Okay. Jetzt weiß Lasagna wohl nicht mehr, wie es hier rauskommt. Aber jeder stirbt für sich allein. Mach. Äh. Mach, warte, ganz. Du wirst doch schon überleben. Und wenn ich dich nachher irgendwo rufe, dann wirst du... Dann klappt das schon. Glaub mir. Ähm. Okay, Schnee weg hier. Können wir mal hier irgendwo auf eine Straße kommen? Okay. So, warte mal. Lasagna. Siehste? Ich hab dich gerettet. Sei froh. Setz dich da jetzt ruf. Na los, na los. Jetzt. Jetzt hat er eine Straße. Jetzt geht's ab. Renni. Pferdchen, renni. Ähm. Christ in Peace, Lasagna. Lasagna geht nicht rauf. Oh. Hauptplanzeichen mit links und an der rechten Hand an den Eier kräumen. Homeoffice. Das ist, äh, eine gute Aussage. Das kenn ich. So mach ich das auch immer. So, warte mal. Ich muss mir noch was zu trinken holen. Da wir jetzt eh dahin reiten. Versuche ich nur schnell zu sein. Wo, 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 ah, guck mal. Wir sind noch nicht mal da. Okay, wenn du, ähm, einen guten Sperr hast, versuch mal damit zu kämpfen. Das ist meine favorite Waffe im Spiel. Ist das ein Monte-Emote? Ne, Imp. Das wäre ich nicht. Adi. Du hast jemanden anderen abonniert als mich. Oder ist da so ein kostenloses Bild für jeden. So, der Schiffsbauer. Hier ist er. Tag. Erkennt erst mal jemand. Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Äh, nenn mir deinen Penis. Ich muss von der Insel runter. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Okay. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer wen, der eine Fechsträhne hat und umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zur Zeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Teleminas. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklob hinter dir und Markus her ist. Gerüchte machen mir keine Angst. Das sind nur Gerüchte. Ich glaube nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Ja, dann hole ich mir mal sein Boot oder was? Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen. Wenn ich wieder mache, ist das schon sehr gut. Ja, dann machen wir das doch so. Warte mal, hier ist ein Schmied. Können wir uns vielleicht neue Waffen holen? Tag! Ja. Zeig mal, was du so hast. Deutsch. Schwere Keulen. Schwere Klingen. Schwer. Ein Bogen. Alter, guck mal ihn an. Ja, er hat einen Bogen. Vergleichen. Okay. Nicht viel. Ähm. Ähm. Hm. Okay. Das ist alles für den Jarten. Kannst du vielleicht meinen Schwer besser machen? Ja, könnte er, macht aber nicht. Und das hier geht auch nicht. Warum wird mir das so krass angezeigt? Achso, weil ich das wahrscheinlich gerade trage. Hm. Na gut. Gravieren. Können wir mal in mein Schwertschirm was reingravieren? Attentatsschaden. Zwei, ganze zwei Prozent. Das ist ja der Wahnsinn. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das lohnt sich komplett. Äh. Verkaufen. Verkaufen. Macht's denn Sinn, was zu verkaufen? Oder macht's eher Sinn, dass ich, äh. Ach du Scheiße. Handelsgüter. Alle Handelsgüter verkaufen. Aha. Ja. Inventar. Ähm. Okay. Ausrüsten. Okay, das hätte ich verkaufen können. Und dann Level 5 werden. Das habe ich hier. Aha. Totentuch von Penelope. Das kann ich mir über den Kopf ziehen. Sieht schon aus wie ein Assasin. Guck mal. Eine schöne Kapuze über den Kopf gezogen. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall wieder Lasagne. Die haben mich mal ganz schmeidig dahin teleportiert. Ach Mensch. Du gehst auf die Straße und dann auf geht's, oder was? Jawohl. So. Guckst du aber auch in eine Patchwitz gegen Biers? Ähm. Gegen Bärs. Ich sag's immer falsch. Äh. Ich versuch's. Ich versuch's zu gucken. Es scheint auf jeden Fall ein geiles Ding zu werden. Ähm. Für Wetten jetzt eher nicht so. Aber ich glaube, das Spiel wird echt spannend. Deswegen werde ich versuchen, das zu gucken. Es kommt ja auch 17 Uhr. Äh. 19 Uhr. Und ich glaube, es kommt auch auf ProSiebenMax, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen, äh. Wenn das so ist, dann werde ich das auf jeden Fall mal, äh, versuchen reinzuziehen. Das letzte Bärs-Spiel war ja auch abartig krank. Ich hab die Zusammenfassung gesehen bei, auf YouTube. Bei, auf YouTube. Äh. Das war ja auch richtig krank. Max soll wahrscheinlich nicht spielen und kommt auf Max. Ja gut, aber wenn Max nicht spielt, äh, dann ist die Sache ja gegessen. Dann, äh, dann gewinnen die Bärs auf jeden Fall nicht. Oder was? Sagst du? Hm, hm. Oh. Wieder so ein Vieh. Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Äh, du scheiß Vieh, Alter. Komm her jetzt, Jörg. Weg, ihr Schnitzelt. Jetzt gibt's hier, oh. Hack. Äh. Yo. Jetzt bin ich ja doch wieder hier. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt, äh, Sinn macht mir vor. Sieh, nehme ich mir vor. Äh, äh, äh. Das ist dann, hier steht da einfach mal eiskalt schon. Da vorne. Es juckt einfach mal keiner, dass hier so ein herrenloses Pferd rein. Kommt. Okay. Gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die alle daten. Äh, äh. Ein paar Leute, die schlafen. Deswegen ist das hier nicht so ganz tolle bewacht. Sobald kannst du ihm auch aus. Kein Problem. Kasanje. Das geht. Da schläft ihr auf jeden Fall erstmal eiskalt. Er kann jetzt auch schlafen bleiben. So. Hä? Hey! Götter sind meine Zeugen, ich schwere. Götter? Nee, ich will den Unterschied machen. Sie alle, alle Götter, ich schwere es. Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen. Hat der Zyklop gesagt? Hat er deine Gefühle verletzt? Ich will nicht hören, dass man nicht... So nett! Das habe ich nicht. Aber du bist so... Fett. Ich meine, groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es zurück. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Macht er nicht. Das macht er nicht. Alter. Dann hol es dir. Hat er nicht gemacht. Der ist gerade eine Ziege in euch geschoben. What the fuck? Enkel auf so Typ. Okay, jetzt muss ich natürlich auch passen, weil alle hier Stufe 5 sind. Wow. So, Nummer 1 ist schon mal weg. So. Wir schießen hier noch mit Geiss. Alter. Okay, mit dem Giftpfeil muss ich auf jeden Fall aufpassen. Scheiße, jetzt kommen die den nächsten auf. Okay. Okay. Wenn du gut ausweichst, ist das sogar wahrscheinlich möglich. Auch wenn ich noch nicht... Wenn ich noch nicht so ein hohes Level habe. Deswegen hoffen wir mal, dass wir das jetzt auch so hinkriegen. Okay. Okay. Das müsste gehen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig. Komm schon her, du kleiner Penner. Nein. Nein. Scheiße. Carlos. Die Steine haben eine Faust. Was will er denn jetzt hier? Er kommt mir gerade gar nicht in den Kram. Der andere haut ab, oder was? Scheiße. Ach, da ist er noch. Nein. Oh, los, noch einmal. Nein. Fuck. Ach, scheiße. Das war gar nicht so schlicht. Scheiße. Scheiße. Tor-Slayer Tobi, 32 Monate, Rieserwalder, kranker Typ. Geil. Dankeschön. Ah, Frauenkotenschreiben, da habe ich gedacht, komme ich mir noch an. Ah, nee. Was? Muss eine Karikaturanalyse zum Thema Frauenkotenschreiben. Ach, du Scheiße. Das, da würde ich aber Arbeitsverweigerung betreiben, weil das ist ja nun mal komplett... Ach, du Kacke, ey. Schreib rein, dass die völlig in Ordnung ist. Dass da keiner rumzuhäulen muss. Rumzuhäulen hat, so rum. Dass das alles völlig in Ordnung ist, so wie es jetzt ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist das ein Hort der Anarchie und der Scheiße. Der hat mich eben getötet, deswegen... Der jetzt auf jeden Fall als erstes auf die Fresse. Scheiße. Können wir gleich mal ein bisschen üben. Das ist es mal wieder komplett. Versuch abzuhauen. Ach, hier ist doch der Typ schon. Kommt jetzt nochmal diese Dings. Du musst anonym sein. Ach, Scheiße. Und wenn ich den jetzt vorher schon kille, dann kommt er die Animation gar nicht. Kommt die jetzt? Ha! Ausgetrickst, Junge. So, jetzt aber. Ach, Scheiße. Ich habe schon meine ganze Energie verloren. Ja, gut. Ah, er hat seinen Kugel angeschossen. Das war auch lustig. Scheiße, ey. Wie kommt man denn an neue Energie? Das war's. Das war's. Deine Einstellung wärst du in Saudi-Arabien der erste deutsche Scheich geworden. Das sind nur Erfahrungswerte, die ich mit euch teile. Zu welchem Entschluss bist du denn bis jetzt gekommen? Ich kann dir schon mal sagen, Karikaturen zum Thema Frauenquote. Das ist ja, das ist ja, da geht jetzt die Feministin in mir hoch. Pass auf. Karikaturen. Also, das darf es schon mal nicht geben. Also, das darf es schon mal nicht geben. Das verbitte ich mir. So was darf es nicht geben. Wir Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt. Und jetzt auch noch Karikaturen über uns anzufertigen, das finden wir gar nicht gut. So viel zum Thema. Aber wir wollen natürlich, dass es auch gleich viele Männer und Frauen Karikaturen gibt. Und da wir aber nicht wollen, dass man sich über uns lustig macht, hat man, äh, ne? Darf man das nicht machen. Und man darf auch nicht uns vernachlässigen. Und deswegen fordern wir keine Karikaturen über Frauen. Aber wir wollen mindestens gleich viele Karikaturen haben wie die Männer. Denn alles andere wäre natürlich komplett, äh, sexistisch. Und das wollen wir nicht. So, genau. Bitteschön, ich hab mal eben deine Arbeit vollendet. Das kannst du auch genau so reinschreiben. Denn das ist Feministen-Logik. Ach, scheiße. Ich hab die schon wieder entdeckt. Ich hab die doch alle schon markiert. Was will die denn? Die nehm ich mir vor. Sie nehm ich mir vor. Der ist sowieso gegen die alle kämpfen muss. Kann ich auch so machen. Macht ihm seine weibliche Seite. Ja, oder so. Scheiße. Nein. Alter, ich bin jetzt schon wieder fast tot. Alter, voll weggehauen. Oh, ne. Das war's schon wieder. Ich schlafe nie auch mal rein. Schlaf gut. Ich würde es gerne so schreiben, aber ich glaube, der Lehrerin würde das nicht so gut gefallen. Ja, aber es wäre die Wahrheit. Kannst du deine weibliche Seite nochmal wiederholen? Roxy konnte nicht mitschreiben. Wir wollen es nochmal hören. Freunde, ich kann da immer nur auf, äh... Ich muss das mal mehr machen. Aber die Feministin in mir ist das. Das ist nicht meine weibliche Seite, sondern das ist die Feministin in mir. Ähm... Ups. Ich kann dir gar nicht genug sagen. Mal. Martin hat den Film Wonder Woman boykottiert. Ne, das nicht. Ich fand den sogar gar nicht so schlecht. Aber, ähm... Was momentan auffällt, ist wirklich, dass es... Also, meine Freundin hat so eine Serie geguckt. Grey's Anatomy heißt die. Und ich habe immer so ein bisschen mitgeguckt. Da habe ich so gedacht, das ist eine Serie, um Frauen lesbisch zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt oder mal geguckt habt. Aber diese... In dieser Frau... In dieser Serie sind sehr, sehr viele Lesben. Und... Aber jetzt nicht auf, äh, geile Lesben. Sondern halt einfach... Die sind da Frauen da, die sind lesbisch. Ist ja nichts Schlimmes. Aber... Das ist in der Serie schon ein... Schon ein wenig so... Warum? Also, warum müssen die denn alle lesbisch sein? Und da habe ich auch so gedacht... Also... Weil es halt so auf Krampf ist. So auf Krampf versucht, Lesben einzubauen. Okay, ich kriege die hier so nicht platt. Guck dir das Elend an, Alter. Beim ersten Versuch war ich irgendwie besser dabei. Ich kriege wahrscheinlich nur mehr verteidigen. Ja, gegen diese aufgeladenen Attacken kann ich nichts machen. Scheiße. Die Aussage von dir zählt nicht mehr... Mal mehr als Spoiler. Achso, wieso welche? Haben wir eigentlich auch mal... Einen Schwarzen für die Quote hier? Also, das sind Spoiler. Achso, ähm... Ich verrecke gleich. Ja, gut, das ist klar. Aber... Ich will mal jetzt kurz wissen, was ich falsch machen kann. Weil... Das ist gerade ein bisschen eigenartig, dass ich hier irgendwie nichts gerissen kriege. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Wieso kriege ich die denn alle nicht down? Hm. Hol dir erstmal eine bessere Waffe. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr... Ja, zu verteidigen, ne? Okay, wenn das blau ist, dann muss ich auf jeden Fall ausweichen. Weil, äh, wenn das so rot schimmert, weil das kriege ich nicht hin. Scheiße. Ansonsten kann man damit, glaube ich, schon ganz gut was machen. Aber diese roten Sachen kriege ich auch nicht hin. Scheiße. Was kommt der Nächste? Das war's. Hm. Okay, soviel zum Thema. Ich sollte Nebenquests machen, um mich aufzuleveln. Sonst schaffe ich die Hauptmission nicht. Äh, okay. Hm. Aber es sind ja auch alles Leute, die ich auch nicht einfach aus dem Geheimen ausschalten kann. Äh, schlafen habe ich hier oben was zu... ...karnig mitgeschrieben. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Warte, Mac-Dex da. Mac ist halt wichtig, die Länge, die keine Chance haben. Aber Football kommt hier schon ab 15, 20. Ja, eben. Dann wird das auf jeden Fall, äh, für die Bärs nicht möglich werden. Und ein Gaming-Training überhielt es die Konsole. Gaming-Training überhielt es die Konsole? Was? Na toll. Na toll. So würde ich zumindest schon mal einen ausschalten. Ich versuche, den mal zu kehlen. Ich versuche, den mal zu heben... Ich versuche, den scheine und zene... Ich versuche, den scheine und zu hüri. Ich versuche, den scheine und zu nicht. Ich versuche, den scheine und zu hüri. Das ist wahrscheinlich, als besonders oft so. Nein! Fernseher automatisch ausschalten. So, guck mal, jetzt kommt der andere auch wieder. Nee. Das ist alles Scheiße, was ich hier mache. Mach erstmal in Ruhe den Tag. Der sollte irgendwas cooles für deine Kunden dabei haben. Mach erstmal in Ruhe den Tag? Mach erstmal in Ruhe den Tag? Wer ist denn den Tag? Hä? Dehnt das wahrscheinlich. Okay. Lukas Skywalker schlaft gut. Ich muss auf jeden Fall irgendwas machen, damit ich... ...hier... 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 Sollte Söldner heißen. Mach erstmal in Ruhe den Söldner? Das bringt mir auch nicht viel mehr. Wer ist denn der Söldner? Bin ich nicht der Söldner? Scheiße, auch eine Korrekte. Hä? Bin ich nicht der Söldner? Ich sollte erstmal auf Level 5 kommen. Das heißt... Wir gehen jetzt auf die Karte... ...und machen dann doch noch irgendeinen Level 4. Guck mal hier. Schnellreise. Ich brauche mal das Beam von Sengoku als Soundfile, Freunde. Falls das irgendwer mal raussuchen möchte für mich. Und mir mal schickt. Über Discord oder so. Das wäre... nicht schlecht. Mein Lieblingswrestler... ...Nimo... ...Nimo Liu... ...ist... ...aktuell... ...Sammy Zane... ...Sammy Zane ist eigentlich immer mein Lieblingswrestler. Also aus dem Acker in Russ. Okay, ich bin tot. Hat überlebt, ey. Andere Söldner, die dich jagen. So. Obwohl... Obwohl ich fast sagen muss, dass, äh... Dass... Ich sage mal jetzt... Mein Lieblingswrestler ist Buddy Murphy. So. Wie lief es mit Markus? Wie es immer läuft. Buddy Murphy ist mein neuer Lieblingswrestler. Im aktuellen Roster. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh. Hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden einen Ausreißer aufnehmen, den sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah. Ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Halte mal. Was willst du, Philber? Kennst du Khaosos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin kein Gott. Aber Icarus ... ... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach. Na schön. Ich sehe es mir an. Jawohl. Muss ich hier noch so eine scheiß Nebenmission machen? Brennfieber. Was haben wir? Papas, Bewegung! So, dann mal los. Du hast Samy Zell getrogen. Nein! Aber Samy Zell ist ja aktuell eh verletzt. Und ich freue mich momentan richtig ... Ich finde einfach Buddy Murphy, der bringt richtig frischen Wind, frische Moves rein. Der ist einfach großartig. Hast du die Fähigkeit schon geskillt, wo du dich im Kampf heilen kannst? Na scheinbar nicht! Scheiße! Fähigkeit. So. Okay. Da muss ich auch noch ein bisschen aufsteigen. Er fordert Stufe 5, siehste? Welche Superkraft hättest du gerne? Fliegen. Auf jeden Fall fliegen. Dann würde ich erstmal zu jeder ... Dann wäre ich bei jeder WrestleMania dabei. Weil ich einfach rüberfliege, spare ich mir die ganze Flugkosten und so weiter. Und dann brauche ich nicht mal Tickets kaufen, weil ich von oben in die Halle reinfliege. Jedes WrestleMania wäre ich dabei. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen! Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ja nicht, oder was? Ich glaube nicht, dass ich helfen kann. Warum habt ihr alles nie? Ist Hoffnung auf Fehlung? Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir! Nur auf diesem Wege wird sich Kefalin ja vor der Auslöschung retten können! Bitte! Wir haben Kinder! Denk an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldner! Geile Brille bei Batista! Teleportation ist besser! Ja, aber fliegen macht auch Spaß! Lass die Leute frei! Ich sollte mich nicht einmischen! Doch! Ich sollte mich einmischen! Sie gehen! Was? Du bist kein Gott! Du entscheidest sie nicht zwischen Leben und Tod! Das mache immer noch ich! Wenn die rot sind, dann kann ich nichts geben! Ey! Ich muss mal auf hier zu scheißen! Der Scheiß hier von Weitem! Und tschüss! Das war's für ihn! Das war's für ihn! Ach! Good job, Bro! You're Bro! You're Pro! I don't think I'm a Pro! Stehen sie alle! Und freuen sich! Yay! Du bist ein Held! Da habe ich auch keine Mühe! Ich finde eigentlich, die deutsche Synchron geht noch! Toller Mann der Götter! Geht eigentlich! Dich schickten die wahren Götter! Wir sollten los! Summer 1917 hatte ja bei uns schon mal richtig getreten! Was heißt das richtig getreten? War das mit Brock Lesnar das Match? Ich nehme die Drachmen! Das ist hier! Das ist nicht notwendig! Ich wünsche euch eine gute Reise! Du bist ein Geschenk der Götter, Adlermann! Du bist ein Geschenk der Götter, Adlermann! Na dann... Halt noch eine! Ein Hai für die Überfahrt! Lasagne! Beste Synchro in einem Film! Mal... Ich laufe... In die Sonne! Okay! Vor kurzem hatte ich das auch irgendwo... Was ganz komisches! Ach du Scheiße! Äh... Gestern habe ich How I Met Your Mother... Äh... Two and Half Men geguckt! Und... Da ging es um den Joke, den ich natürlich auch liebe! Und zwar... That's what he said! That's what she said! Und... Die haben diesen Gag echt übersetzt! Das ist richtig dämlich! Sie sagt irgendwie sowas wie... Ähm... Dann... Sollte er auch aber lang... Oder dann sollte er langsam kommen oder so... Oder dann sollte sie langsam kommen... Und er... Äh... Äh... Ashton Kutcher sagt... That's what he said! Ne? Lustig! Aber... Es wird übersetzt... Mit... Das ist was er sagen würde! Aber nicht... Als Gag! Sondern einfach als stumpfe Übersetzung! Der Gag ist... Der hat überhaupt nicht gezündet! Sondern es war eher so... Naja... Das ist das was er sagen würde! Aber halt... Es passt überhaupt nicht! Weil es auch von der Betonung her nicht wie dieser Gag ist... Sondern einfach... Einfach nur Scheiße! Also... Das ist niemand! Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde! Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Käferlinja zu verlassen! Es wird Zeit, dass wir weiterziehen! Kann ich verstehen! Aber manche Leute kennen den Gag nicht! Ich hab... Äh... Ich wollte den Tag tanken... Und dann sagt die Tank-Tante... Doch immer... Sie können reinstecken! Wegen... Bezahlen mit Karte! Äh... Sie können... Sie können reinstecken! Ähm... Sagen die immer! An der Tankstelle! Und dann war ich selbst immer auch da! Ich bezahl meine Karte! Jo! Sie können reinstecken! Und dann sage ich... That's what she said! Dann steck meine Karte da rein! Kein Lacher! Nicht mal ein kleines Grinsen! Gar nichts! Ganz schwieriges Publikum, sag ich! Jeder forstet sich vor allem! Ich hab von nichts Angst! Immerhin einer von uns! Ein sehr hungriger Schwimm zwischen uns und der Chance Kephalinia zu verlassen! Ein Hai? Ein Haischaffer grüß dich! Er hat eine sehr kostbare Halskette! Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kephalinia! Bei dem Gag ist auch der... Die Grille steht... Das ist die beste Gagart, die es gibt! Aber er hat nicht nachgedacht! Das Wasser stammt! Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai! Geld für Gemüse ist gut! Aber Geld für Halsketten ist besser! Steh euch! Ich weiß, wie es ist, wenn man Kephalinia verlassen will! Wer nicht! Hier gibt es nichts! So viel Gemüse, wie man will! Aber keine Hoffnung! Sie ist in einer Truhe! Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen! Und du behältst den Rest! Ist ein Deal! Nun gut! Ich töte den Hai! Ja, spieß ihn auf! Du findest ihn tief in den Ruinen von Kranee im Süden! Wo sind die Ruinen? Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Bei YouTube, wo ich... Soll ich es schicken? Du musst das bei YouTube auch runterladen! Ich brauche als MP3... Als MP3... Also auf zum Tempel des Heiß! Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen! Die Witze musst du Jimmy von South Park überlassen! Nein! Für die Witze bin ich zuständig! So... Ein Kilometer! Da brauche ich Lasagne! Kann das Ziel nicht über die Straße erreicht werden? Versuch's doch erstmal! Das hat nicht so gezündet! Das hat beim Erzählen schon nicht gezündet! Was? Das ist beim Erzählen schon nicht zündet! Die Deutschen können keinen Humor, keine Ironie und keinen schwarzen Humor nur noch hin! Und dieser Chat kann das... Das stimmt! Das ist dann hier ein alter Feuerstuhl! Ich weiß nicht, wie das hier aussieht! Ich weiß nicht, wie das hier aussieht! Mit dem Mond da oben! Das ist ja übiskrank! Weil ich es nur hier! Das ist das, was sie gesagt hat! Weil Transgender... Äh... Das ist das, was it said! Oder es genannt werden wollen! Ja, der funktioniert aber gar nicht! Weil da weißt du ja gar nicht, wer steckt denn jetzt eigentlich was, wo, wie rein! Deswegen kannst du das, was it said! Überhaupt nicht bringen! So! Guck mal, wie geil der Mond da aussieht, ey! Richtig krass! Wie über das Meer schimmert! So! Lasagne! Wenn du es schaffst, geh weiter! Ansonsten mach ich den Rest der Fuß! Jeder steckt alles überall rein! Oder so! So! Dann schauen wir mal! Die Insel, das so ist! Ein bisschen in der Nähe drücke! Wo ist denn jetzt der kleine Hai? Die Kette ist da unten! Kleiner Hai! Dumm, dumm, dödum! Oh, hier sind Quallen! Quallen fischen, Freunde! Holt die Netze raus! Hier wird Quallen gefischt! Was ist denn da? What the? Warte mal! Ach, mit A kann ich aufstehen! Hier ist doch die Truhe! Und abhauen! Guck mal! Scheiße! Oh, Alter! Verpiss dich! Ort abgeschlossen! Wow! Alter! Okay, schnell weg, schnell weg! Okay! Ich habe gedacht, ich muss den Hai töten, weil der die Truhe vergessen hat! Aber die war ja einfach nur so da! Bist du gehypt auf Red Edge Redemption 2? Also gehypt ist vielleicht das falsche Wort! Ich weiß, dass das Spiel geil wird und dass wir es natürlich auch im Livestream spielen werden! Aber es ist im Moment so viel Geiles raus, was man spielen kann! Da habe ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehypt zu sein auf irgendwas! Weil halt einfach wieder was Neues rauskommt und wieder was Neues und wieder was Neues! Und wie gesagt, ich habe heute erst mit Assassin's Creed angefangen und das Spiel finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool! Das heißt, eigentlich, ich wäre gehypt, wenn es ein bisschen auf sich warten lassen würde! Aber ich finde, klar, Wilder Westen und jetzt hier griechische Mythologie und so weiter, ist doch nicht ganz so zusammenhängend! Aber das Spiel hat dann doch Ähnlichkeiten! Von der Steuerung und sowas, ne? Deswegen weiß ich nicht so richtig... Oder deswegen bin ich nicht so richtig gehypt! Weil ich ja im Moment noch zu frisch in so einem Genre bin! Weil hier das zum Beispiel, was ihr jetzt seht, ne? Mach mal einen Screenshot und vergleich den mal mit Red Dead Redemption 2! Bis auf die Klamotten sieht das gleich aus! Und ein bisschen mehr wüstisch in dieser Welt hier! Und deswegen kam das zu knapp hintereinander raus! Red Dead Redemption 2 hätte wirklich im Dezember rauskommen müssen! Erste Dezemberwoche, dann richtig cool! Aber jetzt sind einfach die Leute noch an Assassin's Creed dran! Also ich bin eh zu spät! Aber ich denke mal, es werden noch einige Leute Assassin's Creed spielen! Und deswegen, glaube ich, bleibt der Hype so ein bisschen hängen! Weil, wie gesagt, ich schaff's auch gar nicht sofort zu spielen! Das heißt, wir spielen erstmal Assassin's Creed durch! Und wenn wir das durch haben, dann spielen wir Red Dead Redemption! Deswegen, ich werde halt jetzt, immer wenn ich kann, werde ich halt Open-End-Streams machen, so wie heute! Dass wir halt wirklich ein bisschen was schaffen! Grüße! Tja, der Hai hat sich ganz schön geblendet! Der Hai hat sich ganz schön geblendet! Sie muss ihm gefallen haben! Ich stelle auch die Klingel aus und so ne Scheiße! Wir können endlich weg! Nie wieder Gemüse! Wir beginnen ein neues Leben! Nie wieder Gemüse! Weit weg von hier! Ich fühl mich wie neu geboren! Kaum Haare, keine Zehner! In der Hose pinke ich auch! In der Hose pinke ich auch! In die Hose pinke ich auch! Okay! Das ist... Das bin ich jetzt aber nicht! Da finde ich hier, äh... Schwarze Rumors für Essen hat nicht jeder! Finde ich da natürlich ein bisschen besser! Übrigens, Toys for Big Boys! 5 Euro Donation! Ins Phrasenschwein! That's what she said! Vielen Dank für den Support! Es geht weiter! Unser Champion baut seine Regentschaft aus! So... Jetzt... Bin ich jetzt, äh... Vielleicht Stufe 5? Ja... Bin ich! Guck mal, jetzt kann ich das hier machen! Lebe weiter, um... Weiter zu kämpfen! Fülle 25% der Maximilien... Wieder auf! Nice! So... Cool! Das ist doch schon mal was! So, jetzt kann ich mich hier auf jeden Fall wieder ausrüsten! Jetzt können wir hier so einen fetten Stab reinballern! Der hat ordentlich Zünder! Dann haben wir einen netten Bogen! Können wir den anderen killen! Und... Hier... Dann haben wir auch noch was! Dann haben wir auch noch was! Hier... Wieso kann ich das nicht weg machen? Das war letztes Mal auch schon so! Immer irgendein... Klamattenteil... Diese Twitch Prime Sachen... Die kann ich nicht mehr verkaufen! Die kann ich nicht mehr verkaufen! So... So... Jetzt haben wir hier... Ach, gar nichts! Jut! Kenwood! Kenwood! Boom! Danke für dein... Zwei Monate Reserve! Alter! Im Stufe 2! Alter! Geiler Typ! Vielen Dank! So muss das sein! Ganz freundlich! Einfach mal das Sub erhöhen! Das kann man schon mal machen! Wieviel hat dein World Heavyweight Championship gekostet? Ähm... Welcher denn? Ich hab 30! Mein World Heavyweight Championship! World Heavyweight Championship! Der World Heavyweight Championship ist der Big Gold! Ich weiß nicht, ob du die Frage präzisieren kannst! Weil... Ich weiß nicht... Jeder Titel hat einen Namen! Aus jeder Ära und so weiter! Deswegen ist die Frage nach dem World Heavyweight Championship... Die Frage nach dem Big Gold! Und ich weiß nicht, ob das... Deine Frage ist! Interessiert dich eigentlich die UFC? Verfolgst du das? Ja! Big Boys! Das interessiert mich sogar sehr! Ähm... Also ich gucke... Ich gucke halt alle Pay-Per-Views von der UFC! Aber halt immer so, wie ich Zeit habe! Also ich gucke die auch nachträglich noch! Ähm... Ich habe... Letzte Woche habe ich erst die UFC 224 geguckt! Ja, ich weiß nicht! Ein bisschen hinterher! Äh... Und die UFC 225 habe ich nur bis zum Punkfight geguckt! Aber da werde ich dann auch weiter gucken! Also ich versuche nach und nach... Zumindest die Großveranstaltungen von UFC zu gucken! Die Weeklys gucke ich jetzt auch nicht, aber... So... Im Groben und Ganzen verfolge ich schon und äh... Bin da schon sehr interessiert dran! Das ist schon echt ein geiler Sport! Wer ist wie Klopp? Achso, jetzt bin ich hier... Sieh, nehme ich mir vor! Sieh, nehme ich mir vor! Scheiße, bräuchte auch nicht mehr! So, jetzt habe ich auf jeden Fall so einen fetten neuen Stab! Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Power! Und ich kann meine Gesundheit wieder so ein bisschen herstellen! Das ist also alles... Geil! So... Meine Gesundheit stellt sich jetzt auch wieder her, ja! Aha! War letzte Woche bei Capiton Connor, äh... Wäre doch... Was für dein Programm! Also, ich habe das Match nicht gesehen! Ich habe aber mitbekommen, was danach passiert ist! Ähm... Deswegen... Ähm... Ja, war das schon auf jeden Fall eine krasse Nummer! Aber... So, dass ich das irgendwie... Dass ich UFC mit in mein News-Repertoire oder so aufnehme... Das würde ich jetzt nicht machen! Weil da einfach viel Zeit für fehlt! Aber... Ich finde es trotzdem... Ein geiler... Sport! Haut euch mal selbst auf die Fresse! Oh fuck! Guck mal! Da war er! Da war er aus gewesen! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Fuck! Oh! Dann mache ich schon mal den Großen hier platt! Und da kommt irgend so ein Wichser dazu! Ach! Ey! Teleportations-Sound als MP3! Im Discord denke ich mal, ne? Ich meine den Intercontinental-Gürtel! Ach so! Das ist aber wieder komplett was anderes! Äh... Der Intercontinental-Gürtel! Die Götter sind meine Zeugen nicht schwerer! Götter! Die kriegst du für 380! Kriegst du den! Oh! 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 Eiskalt aus! Perfekt! So! Jetzt kommt hier der Nächste! Talos! Stein und eine Faust! Der war nämlich eben nicht da! Jetzt muss ich mich hier wieder mit anderen Leuten kloppen! Obwohl das ja gar nicht Sinn der Sache sein sollte! Oh! Fuck! Ich muss mich mehr verteidigen, ey! Da! So! Jetzt kann ich mich regenerieren! Jetzt kommt schon wieder so ein Penner an! Alter, hier bin ich ja ewig beschäftigt mit der Scheiße! Ey! Ich krieg's einfach nicht auf den Ketten! Ey! Das gibt's doch gar nicht! Wieso? Als Sound-File? Das ist was sie gesagt! Nein! Das kann ich nicht brauchen! Das brauche ich selbst! Ähm... Okay... Dies ist der Anfang eines Direkten mit Frank Rawlins! Gut! Kann ich nicht aufmachen! Keine Ahnung warum aber hier... Hier steht nichts! Hä? Was hast du denn gemacht? Schick die mal ein Yes! Schick mir das nochmal! Ich glaube das... Wir müssen erstmal miteinander reden bevor du mir irgendwas schicken kannst! Was ist die Meterlange Hand nur ein Zahn und riecht nach Urin? Eine... Pol... Panese im Altersheim? Pol... Panese? Eine Polonaise wahrscheinlich... Ja... Äh... Eine Polonaise im Altersheim! Okay! Weiß ich... Nein, nein, das ist gut zu schiefen. Die Götter sind meine Zeugen nicht schwerer! Götter? Welchen? Welchen Unterschied machen? Sie alle, alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel... So, neuer Versuch. Okay, man kann nicht einfach so... Es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Scheiße, ey! Das ist doch nicht euer Ernst! Ey, Mann! Es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt hier komplett gar nicht mehr auf die Reihe kriege. Das war doch eben so gut. Das ist immer das erste Mal, wenn ich es probiere, dann überhaupt kein Problem. Dann mache ich das. Aber wenn ich es dann nochmal machen soll, dann ist es vorbei. Ich gehe jetzt auch mal gleich auf den drauf. Ich gehe jetzt auch mal gleich auf den drauf. So, das war's. Kann ich jetzt nicht einfach weglaufen? Wieso kann ich jetzt nicht einfach weglaufen? Das ist doch die Frage. Ich gehe jetzt leider als người frei und mich mich nicht einfach weglaufen. Ich gehe jetzt nicht einfach weglaufen. Das ist doch egal, was ich jetzt hier?! Nein! Das ist doch egal, egal! Das ist doch egal! Nein! Nein! Hey. So, jetzt kommt ihr. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Ja. Erledigt du mich. Muss ich jetzt noch alle Söldner töten oder was? Ähm. Beide töten, den Zyklop und seine Männer. Ach, fuck, ey. Es war so gut. Oh, tschüss. Warte mal, jetzt können wir das hier wieder aufmachen. Halt. So. Wir können hier noch looten, was wir hier so finden können. Jetzt geht sie wieder ab. Vielleicht können wir hier irgendwie jetzt ein bisschen besser ausscheiden. Geht doch schon mal gut los. Das ist der aber auch nicht. Nein, 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 nein Nein, 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 nein. Natürlich. Gibt's doch gar nicht. Ey, das ist doch scheiße. Alter, LB, um aufs Pferd zu stehen, ist ja auch cool. Ey, Mann. Das regt mich gerade echt dezent auf, muss ich sagen. Scheiße, ich habe gerade meinen ganzen Scheiß vertüddelt. Ach, da ist er doch. Da ist der andere. Alter, verteidigen ist echt schwer, ey. Also den zu lieben bringt mir auch nichts. Ach, ey. Dadurch, dass er immer wieder hinterherkommt... Das ist echt scheiße. So schnell bist du gar nicht. Warte, jetzt. Jetzt muss mir mal was passieren. Oh yeah. Okay, ich hab den jetzt aber einfach nur so getötet. Okay, jetzt hab ich den Panzer rumgekommen. Mann! Herr geht's hier auf den Zentimeter. Du bist abgestoßen. Der Kampf mit TARDOS. Okay. Und da hab ich meine Hauptquests jetzt auch abgeschlossen? Scheint so. Nee. Was ist denn das jetzt? Sie wollen Blut sehen. Okay, betritt die Arena. Ja, ich denke nicht. Große Bruch. Befreie den Schiffsführer. Nein, Führer. Okay. Na gut. Haben wir es jetzt ohne diese Zwischensequenz gemacht? Geht auch. Endlich, ey. Das war ja eine schwere Geburt. Mal hier ein bisschen looten. Warte mal, hier kommt noch einer. Bam. Und tschüss. So geht's auch. Fangen wir mit Freien. Wir sollten nicht länger hierbleiben. Dann lass mal lieber abhauen, wa? Sogar Ratten wie diese haben, Freunde auf Kephalenia. Aber rennt der jetzt alleine irgendwo in, wo er sicher ist? Oder läuft ja... Sollte er doch eigentlich mir hinterherlaufen. Das wäre doch viel besser. Ich kann mal ja froh sein, dass ich hier das schon alles gemacht habe. Jetzt rennt er doch wie der andere eben. Den einfach mal komplett in die Arme. So. Erleicht. Nimm das Eisschwert. Wo habe ich denn das? Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Mein Humor ist so schwarz, aber er wird in Amerika für Polizisten erschossen. Das finde ich auch gut. Nun Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Alexios, Söldner von Beruf. Ha, ha, ha. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. John Wayne, er grüßt sich. So. Du hast gerufen, ich hab dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist der Erste, dem ich es glaube. Also hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Und wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließe. Ja, schuldest du mir was. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Ha, 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 ha. Du hast mich gerettet. Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anfühle. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Dienst. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Geburt. Einfach mal ein bisschen nett sein. Ha, 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 Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adresse T. So. Damos. Also, nehmen wir jetzt wahrscheinlich das, was ich jetzt hier gefunden habe von dem Typen. Schwere Keule. Okay. Schwere Keule, aber hier. Aha. Nein, Stufe 6. Scheiße. Hier noch irgendwas Besseres. Nö. Gut. Da sehen wir mal wieder ganz schmuck aus hier. Dann, Lasagne. Und mich zum meinem neuen Schiff. Keine Straße. Mann, hier ist so eine Straße. Ja. Eine Morse schwarz, dass er um Essen wettelt. Geht. Zesaro soll gerade nicht zu Hause nachmachen, wie der im Ring noch in der Schule. Aber wenn er nur im Wrestling mehr haben will, dann machen. Nicht im Ring. Wieder im Ring? Ja, keine Ahnung. Gefährlichste Autorallye mit dem Imbisswagen durch Afrika. Im Eiswagen. Im Eiswagen durch den Kinderraum. Tach. Tach. Sind wir hier wieder im Dorf? Bin der einzig Schwule im Dorf. Und dann, wenn ich das jetzt so mache. Hey. Hoppa. Hallo, Gixacross. Gixacross. Ja, genau. Hi. Grüß dich. Warte auf mich, Alexios. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen, oder? Was hast du denn gepackt? Wenn du gehst, geh ich auf. Deine zwei Steine. Bist du jung. Kephalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Ja, toll. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich alleine machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm schon klar. Der alte Mann neben mir? Vielleicht? Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Meinen Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Wo hat sie dieses Ding gehabt? Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phöbel. Wo packt er dieses Ding? Außerdem kann ich mit Kinder spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt von Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ja, sie kann mit diese... Also, ich bin jetzt gerade am Teil der Hauptstory, ja. Ich will nur kurz... Ich bin am Teil der Hauptstory. Und dieser Erzählstrang eben kam, weil ich eine Nebenmission abgeschlossen habe. Hätte ich die Nebenmission nicht gemacht, hätte sie das ja nicht gesagt, weil du die gerettet hast. Sondern die hätte halt einfach was anderes erzählt. Also, ist schon irgendwie cool, dass in der Konversation das eine, was du machst, doch irgendwie Zusammenhang hat. Mit dem, was da passiert oder gesagt wird. Finde ich schon ziemlich cool. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich komme nicht mehr zurück. Tschüss. Danke, dass ich Ihren Segen habe. Alexios! Ach so. Du verlässt Kephalin ja, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Ich komme mit meinen Arme. Ich komme mit ihm über die Hand. Ah, komm. Tabi schmusen. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Alexios. Wenn er sowas wie der Ziehvater ist, dann... Richtig sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Nein, natürlich. Obwohl man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Vöbel. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, mein Freund? Sag, Kinderarbeit läuft auf jeden Fall. Bist du bereit? Natürlich. Bereit zum Ablegen? Es wird höchste Zeit. Gut, das Meer hat noch auf keinen Seemann gewartet. Es wird Zeit. Tja, auf zur großen Fahrt. Ab nach Deutschland, da gibt's Asyl. Das ist auch Papi. Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, sie wird nichts Schlimmes tun. Sie wird uns helfen. Sie wird uns führen. Jetzt schmeißt auch Vicky Simba vom Berg. Oh, Odin gefällt das gar nicht. Nein! Er hat ihn getötet! Fußt ihn runter! Zahl für seine Ehrlosigkeit! Für das Leben, das er verwirkte! Er ist kein Spartiat, Nikolaus! Er hat ja jetzt nichts erreicht. Gar nichts. Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Ja, aber im Endeffekt, also ist so jetzt alles nicht schön, aber es sind ja nun mal die dortigen Gesetze. Also, ich würde jetzt dem Pfader hier nicht irgendwie sauer sein, wenn das die Gesetze, die da schon seit tausend Jahren so sind, die ganze Weltanschauung so ist. Ist zwar kackehle laufen, aber was willst du machen? Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gip! Hör, Sparta! Wenn da so viele Leichen liegen, ist da Wasser unten. Aber wenn der Junge diesen Sturz überlebt. Warum überlebt denn der alte Rafiki nicht? Das ist doch mal so eine Frage. Den der Typ runtergeworfen hat. Das, äh... Muss man mir auch mal erklären. Bring mich nach Megaris! Sofort! Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helioswacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Weil da... Wer Wolf von Sparta ist, mein Vater. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Das ist das Screed Theme. Geht immer klar. Oh yeah. Und auf geht die wilde Reise, Freunde. Dafür, dass wir schon 4 Stunden spielen. Und wir jetzt erst... Es geht nichts über eine Brise. Loslegen. Muss sich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um einen echten Seefahrer aus dir zu machen. Und? Welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich sehen, was du und deine Mannschaft so können. Ich habe doch hier nichts verlassen. Die ganze Animation eben war doch völlig lächerlich. Kommando übernehmen. Willkommen zurück. Oh, Freunde. Erhöht das Tempo. Auf geht's. Halte A und D. Jetzt offen der Gewässer. Halt raus! Zum. Herr Ruder! Herr Ruder! Wir sind hart am Wind! Auf geht's! Ah, okay. Oh, hier sind die Däfine neben mir! The Flippers! Regeln ein Hort. Schüttzt! Bereit! Gleich schießt ihr uns! Wir schießen nach Handal! Und auf! Schmeiß die Speere, Jungs! Ein bisschen näher ran vielleicht, wäre das möglich. Wir rammen ihn jetzt weg da, im Korn. Entern, einleiten. Auf geht's! Punktrechnung, Verstrichenrechnung! Rüber da! Alle auf die 12-Schrong! Ich hoffe, mein True macht mit hier. Das guckt sich gerade ein wenig einseitig an. So, jetzt krieg ich auch nochmal der hier auf die 12-Schrong! Nein! Nein! Und... Ich bin tot! Warum auch nicht? Also, man muss sagen, das Kämpfen... Das kann ich! Rammgeschwindigkeit! Spaltest du ein Schiff in zwei Teile, findest du auch mehr Ressourcen im Wrack. Uh! Uh! Das hätte ich mal vor zwei Sekunden wissen sollen. Hm. Neuer Versuch. Wunderbar! Dann legen wir los! Das hat keiner gesehen. Erhört das Tempo! Erhört das Tempo! Wir sind hart am Wind! Das ist eine Geschwindigkeit, den ich noch schneller kann. Ich habe mir die jetzt wieder um. Ich speer die jetzt weg, pass auf. Dann fische ich ja alles aus dem See, was wir brauchen. Wir brauchen die Schütze! Vorwärts! BAM! Mit der Argen Rücken zu finden. Pass auf, jetzt ran ich die richtig weg. So, haben wir es jetzt. Ich würde sagen, wir machen es nochmal. Speer! BAM! Die Fracht gehört wieder uns. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich. Jetzt, dass ich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentfällig aus. Wann können wir ihn treffen? Du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusst los schlagen. Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das was ich richte. Wenn das so ist. Stufe 6. So. Okay. Dann, Freunde, auf geht's. Chancengleichheit im Beruf. Los, schneller! Oder hoch? Greifen die mich an? Ja. Greifen die mich an? Ja. Jetzt einfach mich beeilen, ne? Ach, hauern. Wie das? Keine! Keine! Keine Waffen zu schnell! Wir können, Kapitel! Glaube ja, wa? Ah, die Pfeifen kommen doch nicht hinterher. Die Nullen. Die da genauso. Alles Muschis. Ja, langsam! Ich sollte mir mit Icarus Hilfe ein Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Dann los, Piepmalz. Ziehen wir durch. Das ist mein Ziel. Was ist denn das Ziel? Von welcher Mission denn jetzt überhaupt? Quest. Die Szenenberuf. War unterbesetzt und er wollte neue Leute anhören. Alexios beschloss, dass er sich selbst um das Anwerben neuer Besatzungsmittelierungen können würde. Rekrutiere den besten Schützen im Lager der gestrandeten Bandinen. Also den soll ich bewusstlos schwangen und dann klappt das schon. Verstehe. Na dann, äh, probieren wir das mal. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Martin segelt der Blackcurl auf jeden Fall. Gut verteidigt? Der Typ wird überhaupt nicht verteidigt. Guck dir das mal an. Weißt du das? Ja. Das war's schon. Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in die Spielwelt als Bootsleute anheuern. Nutze dir einen Niederschlag, um andere Fähigkeiten um sie kampfgefähig zu machen, bevor du sie fragst. Erstmal niederknüppeln und dann können sie immer noch bei mir anheuern. Nicht schlecht. Anheuern. Wir stechen bald ins Weg. Ich will dich dabei haben. Ehrlich jetzt? Wer wird sich gut in der Mannschaft machen? Na toll. Na super. Das war zu einfach. Wach. Wie können wir auf dem Schiff gebraucht? Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Wäre ich auch dafür. Oh. Grobes Schwert. Aber wir sind keine schönen Wettersegler. Wir finden nicht nach Augen. Wir fahren ein Blick in ein Loch. Eine Reihe ist echt gekriegt. Oh ne. Was für Reisegeschwindigkeit. Warte mal. Warte mal. Jetzt kann ich doch bestimmt mal hier. Also. Die Quest, die jetzt gerade läuft. Die Wolfsjagd. Eine Reiserichtung Krieg. Das machen wir jetzt gerade. Begib dich nach Magaris. Das machen wir. Inventar. So. Jetzt habe ich hier natürlich ein schönes Schwert bekommen. Das wollen wir natürlich auch gleich ausrüsten. Muss alles schwer zerlegen. Fähigkeiten. So. Halte deine Waffen sauber und scharf. Erhöre den Kriegerschaden und 20%. Hm. Das gefällt mir auch. Schiff. Oh. Das kann ich jetzt auch noch ausrüsten. Bootsleute zuweisen. Aber erstmal kann ich mein Schiff hier ändern. In das, was ich auf Twitch vor allem bekommen habe. Und die Schiffsleute wären jetzt auch richtig krasse Typen hier. So. Kann ich hier irgendwas machen? Achso. Doch. Spezielle Bootsleute. Ja. Zack. Anheuerung. Ja. Ist es auf jeden Fall krass. So. Hier könnte ich was verbessern, wenn ich irgendwas hätte zum verbessern. Habe ich aber nicht. Das habe ich noch in meinem Inventar. Beutel durchsuchen. Geht in der Jagd. Okay. Hm. Gut. So. Dann fahren wir mal über den Teich hier. Ähm. Ich habe es jetzt natürlich immer geliebt, aber der Mist mit den Schiffen... Bis der Mist mit den Schiffen losgeht. Ja. Ich versuche das auch so wenig wie möglich zu machen. Okay. Dann fahren wir jetzt erstmal noch hier eiskalt. Jetzt fahren wir noch die Leute im Stream. Und dann fahren wir die weg. Ja. 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 Und jetzt. Wir werden jetzt erstmal hier weggeflastert. Ah! So. Für die Schöne. Ja, das nächste Boot wird auch nochmal weggeflastert. Und Speer! So, jetzt haben wir auch wieder. Und wir kriegen jetzt auch eine volle Breitseite. So, jetzt haben wir das Tempo. Breit werden sie schießen. Sie schießen ab uns. Mal akkert. Die wollen aus der Besatung. Wir sind bereit. Wir müssen erst in Reikweite sein. Wir stehen gleich unter Bekurs. Ich glaube, wir müssen uns bleiben. Späne werfen! Nicht getroffen! Letzer! Letzer! Oh, oh, oh. Der wird das Tempo! Die zerspult auch mal jetzt auch in die Mitte. Was ist das? Feuer frei! Mann! Das macht Spaß. Also, geht. So. Jetzt aber. Geht. 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 Quader haut das Jahr voll. Geiler Typ. Dankeschön. Das Jahr ist voll. So. Fast 0 Uhr. Fast 5 Stunden. Los. Wollen wir nochmal die Zuschauer versuchen zu pushen? Ich guck mal, ob das mit dem Fake-Stream jetzt geht. Guck mal, der ist hier. Abos. Guck mal, ob da jetzt was kommt. So. Ei. Erstmal bestellt. Ich will auch so eine goldene Rüstung haben. Ist er das? Ah, er ist das. Und tschüss. Seht, wie der Athena-Hund Pericles euch fürchtet. Pericles. Er verkriecht sich in seinem Parthenon. Umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megares sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran. Ahu. Ahu. Nee. Irgendwie war das nicht richtig hierteil, der YouTube-Livestream. Ich weiß nicht warum. Du, du hast die Blockade der Athena durchbrochen? Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tücher hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Parters beizubohnen. Kommt nichts. Aha. Dann bist du mein Bruder. Wenn Nikolaus dein Vater ist. Mach dich das wohl zu meinem Bruder. Gleich mal gejobbt. Hast du einen Schlag abbekommen? Was redest du für einen Unfug? Der Wolf ist genauso mein Vater wie deiner. Das ist lächerlich. Bevor er mich bei sich aufnahm, hatte er zwei Kinder. Und beide starben schon vor vielen Jahren in Sparta. Mit Ausnahme des Kindes, das nun vor dir steht. Fast hätte ich es dir geglaubt, aber ich bin nicht von gestern, Sertner. Reden wir lieber darüber, wieso du hier bist. Warum segelt ein Sertner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Kommt zufällig vorbei, ich will den Wolf treffen und mir meine Dienste anbieten. Es wäre mir eine Ehre, Sparta zu dienen. Ich bin hier, um dem Wolf von Sparta mein Schwert anzubieten. Wenn du meinem Pater deine Dienste anbieten willst, kannst du das, indem du mir hilfst. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Fels schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Ja. Warum brauchst du dafür einen Sertner? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Äh, ja. Ich werde dir bei der Vertreibung der Athener helfen, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Naja, das ist auch komisch. Die Athener haben bereits die Schöne verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Okay. Wo ist der Anführer der Athener? Er ist in Megara, versteckt sich hinter dicken Mauern und einer vollen Garnison. Wenn du seine Männer tötest, seine Vorräte zerstörst und ihm seine Reichtümer abnimmst, ist er einem Angriff ausgeliefert. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athener Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Nada. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaus. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Okay. Hier ist ein Deal. Wenn du die Staaten erobern, um deinen Vater Nikolaus zu treffen, musst du Stehentor dabei helfen, Margaris zu erobern. Schwäche Staatsstärke weit genug, um die Oberungsschlacht auszulösen. Aha. Karte öffnen. So. Staatsstärke. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, ist, indem man ganz viele Flüchtlinge reinholt. Hat er nicht gesagt. Spaß von mir. Besteht darin, seinen Staatsführer zu töten. Okay, das sollte auch wachbar sein. Das ist auch fast das Gleiche. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringern die Staatsstärke und Schwäche seiner Verteidigung, indem du, Soldaten der Verteidigung, du tötest, okay, Kriegsvorräte verbrennst oder den Staatsschatz plünderst. Das ist ja mal kein Problem. Um Kopfgelder kümmern, auch noch. Kopfgeld auf dich ausgesetzt, vermutlich den Zivilisten, oder ja. Okay, da kannst du ein Kopfgeld loswerden, indem du die alle bezahlst, oder alle, okay. Untertauchen. Das kann nicht langer. Okay, Quest läuft. So. Dann eine Armee für sich. Wenn Alexios den Wolf treffen wollte, müsste er den Spartanern helfen, Megaris zu erobern. Und das wäre umso einfacher, je weniger Athener Soldaten es dort geht. Töte Megaris. Okay. Na dann, 20 Leute da zu töten, das sollte ja wohl machbar sein. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athener zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Neuer Anführer entdeckt. So, Inventar. Wieso, was hab ich denn jetzt noch jetzt bekommen? Aha. Soviel zu meiner schönen neuen Rüstung. Was hab ich noch? Achso, dieses komische... ...Dings da. Siegel. Den alten Siegelhopfen. Dann... Gucken wir mal auf die Map. Also, wenn das mal eine Quest ist. Einfach nur irgendwelche Soldaten töten? Das töten von Hauptmännern und Polemarschen. Polemarschen. Ich denke, die Schatzschlöge. Okay, dann... ...sollte ich hier in diesem Feld wahrscheinlich bleiben. Und das sind hier die Athener oder was? Oder was? Sind das die Guten oder die Bösen? Scheibenbar die Guten. Ich weiß es doch nicht. Alles hier rumgemetze. Oh. Geht da die mich angreifen? Aber da ist doch der Typ gerade langgegangen. Aber die konnte ich gerade nicht angreifen. Hä? Doch, jetzt... Jetzt greifen sie mich alle an. Ey! Leute! Benehmen Sie sich bitte. Ich kann ja wohl jetzt hier nichts für Ihre... ...regiere Situation. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich wette, ich kämpfe gerade komplett auf der falschen Seite. Ist das alles, was du kaltest? Und das war's. Mach ich das richtig? Athen, blau. Ah! Ups. Upsi. Dann habe ich wohl die falschen getötet. Das tut mir leid. Das war keine Absicht. Vor allem eben erst ein Pakt mit denen geschlossen. Und jetzt bringe ich es schon um. Das ist natürlich auch... Das sollte man vielleicht lassen. Also, das sind hier rum. Aber hier sind doch nur rote. Hinten ist was blaues. Bring ich jetzt da hin. Kann ich mir ein Pferdchen rufen? Yeah! Pferdchen! Okay, ich reite jetzt einfach mal hier lang. Guck mal, was geht. Okay, jetzt werde ich ein bisschen zu sehr in die Open World geschmissen. Jetzt weiß ich aber auch nicht, was ich zu tun habe. Etwas zu verbotscht. Ach geil. Okay. Ist auch alles rund. Zens. Kann ich natürlich hier rumreiten. Wie ein Held. Aber hier ist alles rund. Mal sehen, was wir finden in die Chaos. Ich stecke jetzt hier die Map auf, indem ich einfach mal durch die Gegend reite, oder was? Ah, hier ist was blaues. Wir sind doch auch schon wieder rote. Da war gerade jemand, den ich töten kann. Okay, der ist ein bisschen zu stark für mich. Einschlag und das war's. Ach, scheiße. Da habe ich mal einen Gegner gefunden, richtig? Und dann kriege ich hier gleich auf den Sack. Na toll. Hm. Das ist also ein ordentlich korrekt. Vielleicht sollte ich erst mal... Ähm... Ja. Erfolge in Stufe 10. Das sollte ich also vielleicht gar nicht machen. Vielleicht sollte ich erst mal... So ein bisschen die Map aufdecken. Gucke nochmal. Hier sind schon mal Promissionen. So, hier. Zack. Damit sollten wir vielleicht anfangen. Für wir irgendeine andere Scheiße machen. Und auf geht's. So, jetzt kannst du da mal wieder hinreiten. Jetzt haben wir uns komplett verritten hier. Und lützt noch. Äh, wie lange ich noch mache? Keine Ahnung. Nimm Reizstunden. Ähm. Das Team ist angesetzt bis auf dem End. Zum 1. Ich weiß nicht, warum meine Fake-Streams nicht mehr funktionieren. Das würde ich noch nicht wirklich sehr aufmustig sein. Ehrlich sagen. Sieht gefährlich aus. Ich sollte wachsam sein. Weil das heißt natürlich auch, dass... Wenn ich jetzt auf YouTube-Stream würde. Einmal mal so. Dann wird der YouTube-Stream nicht geteilt. Das ist ja auch nicht so geil. Keine Ahnung, was da wieder sche... ...falsch lief. Vielleicht mit diesen neuen Primären-Dingen... ...läuft irgendwie heute alles... ...kaputt. Alles falsch. So, Athenische Herrschaft. Aber scheinbar nicht, wenn hier alles rot ist. Weil nur... ...Dings-Heldner. Die sind überall Spartaner. Ah, guck mal, er wäre hier was. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte er Probleme. Ja, mal gucken. Ich wach... Was ist hier passiert? Was kümmert dich das Söldner? Hast du etwas damit zu tun? Level? Mein Level? Sechs? Ich weiß, was ich tue. Und ich bin ein Freund. Was willst du damit sagen? In diesem Fall wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Haha. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Wir Athener haben sich als widerstandsfähiger Wiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Spartan... Auf die Knie gehen, ja. Ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Erstmal looten. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall. Auf der Konsole sieht es auch besser aus, wenn ich dieses komische Pack runterlade. Ach Mann, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Warte. Ja, HDR. Wenn ich das runterlade und installiere, dann sieht das hier auch besser aus. Aber, da ich ja für euch streamen möchte, kann ich das nicht runterladen. Weil meine Capture-Card das nicht hinkriegt. Wären das Athena gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Na dann. Mal schauen, was mein Piepmatsu zu finden hat. Da sind sie. Ah. Dann mal hinterher. Ich finde, so scheiße sieht es hier auch nicht aus. Guck mal, die Gänse, Gräser, Blumen und so. Das ist schon wirklich krass. Aha. Was haben wir hier für Schwänchen? Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte, geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte. Nein, bitte. Du verstehst nicht. Was gibt es da zu verstehen? Mir scheint das eindeutig. Bitte. Lass es mich erklären. Na gut. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten, noch die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern? Nein. Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Ich... Wir... Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Genug. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür, dass du uns töten müsstest... Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit. Genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr werdet tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja. Söldner. Hab Dank. Vereilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und laupt. Schnell. Ich bin froh, dass ich euch nicht allen den Kopf abreiße. Keiner nimmt irgendwas. Ist auch schön. Hauptsache ich lute hier noch ein bisschen. Okay. Was ist das denn hier für eine gemütliche Scheiße? So. Dann. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungern, den Zivilisten zu töten. Na. Wir sind ja nett. Findest du das Spiel bisher? Echt cool. Schön. Also. Ich finde halt alles. Das Spielspiele gut. Deswegen. Ähm. War schon klar, dass ich das nicht komplett scheiße finde. Aber. Ich kann das hier schon auch den ganzen Tag spielen. So ist es nicht. Also. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich hab die Vorräte bei einem Haufen Hunger. Du bist ein Spartaner. Keine Gnade, Alter. Gemetzel. Aber ich bin doch nicht ein richtiger Spartaner. Sie haben gehungert. Ja, doch eigentlich schon. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig. Das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, hab ich einen Auftrag für dich. Was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle spart Japan hier. Bitte, wirst du uns helfen? Na gut. Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine ordentliche Belohnung. Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Wir können zur Zeit keine Männer entbehren. Zu deinem Glück bin ich nicht irgendein Mann. Okay. Hey, Athener-Helm. Steige ich jetzt auf. Wer selten entdeckt. So. Einfach mal so. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall schon einen von 20 getötet. Jetzt haben wir mal einen gefunden, ausnahmsweise. So. Jetzt habe ich hier eine neue Büchse. Und einen neuen Helm gekriegt. Zack. Der sieht ja gar nicht scheiße aus. Naja. Zum Glück können wir nicht wegmachen. Aha. Guck mal. Die ganzen Leute, die ich hier unterwegs noch töten muss. Wie mir scheint. Ähm. Ähm. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz Pause. Und dann machen wir noch ein kleines Giveaway. Und dann machen wir noch mal hier so ein kleines bisschen weiter. Und dann, äh. Ja. Machen wir nicht mehr allzu lang, oder Freunde? Nicht mehr allzu lang. Vielleicht habe ich mir noch einen Film rein oder so. Mal schauen. Ich muss auch noch was essen. Also Freunde. Ich muss noch was essen. Kochen sogar. Ähm. Ja. Also kurze PP-Pause. Und dann geht es hier gleich weiter. Mit einem Gewinnspiel. Also dranbleiben lohnt sich. Und dann geht es hier hin. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für die Leute, die einfach mal trotz wenig Zuschauer hier geblieben sind die ganze Zeit Und zwar habe ich eine Hardcore Edition Mick Foley DVD Wo hier auch nochmal extra Material drauf ist Neuer Kommentar von Mick Foley und Joey Styles Hier sind die krassesten und besten Matches von Mick Foley drauf Von allen Versionen von Mankind, von Cactus Jack und von Dude Love Richtig krass Deswegen ist das auf jeden Fall was ordentliches Ich habe kurz überlegt, ob ich die nicht selbst behalte, aber wir machen das als Giveaway Freunde Einfach aus dem Zeichen Enter in den Chat schreiben, wer jetzt noch anwesend ist Und dann gucken wir nochmal, was wir jetzt hier nochmal für eine kleine Quest machen können Das Ganze hier ein bisschen voranzutreiben Gehen wir mal auf die Karte Ich bin Stufe 6 Das heißt, hier kann ich im Moment noch nicht Die Mission hier Vielleicht nicht ganz so cool Aber hier ist schon mal So ein Turm Und den werde ich auf jeden Fall erstmal erklimmen So, Lasagne ist da Lasagne bringt mich jetzt erstmal zu der Markierung Ah, guck mal Hier ist die komplette Stadt, die besetzt ist Wenn wir nicht da gleich reingehen Dann werde ich doch bestimmt Komplett in Meuchel Vorsehen 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 Und dann So, dann sind die reitet die erstmal schön Oh, das war's Alter, hier läuft ein Schwein rum Guckt euch das mal an Alter Nicht die Sau Was denn hier los, Alter Wie geil Einfach mal übel lässig läuft hier so eine Sau durch Da vorne ist ja noch einer Ja, der ist ja geil Voll lässiges Schweinchen Geil So Ja, mal eben schnell drauf stellen Und Look at dies Schöne Reihe auf jeden So, Schnellreise ist freigeschaltet Und jetzt kann man nämlich auch sehen Was wir hier noch für Quests Bekommen Oder auch nicht Hey, das ist die einzige Quest, die jetzt hier noch da ist Ups Voll die Hüfte rausgekloppt So, dann lassen wir uns da noch mal hin Reiten In der Zeit Gucken wir mal Wer von euch Fleißigen Leuten Sind jetzt nicht mehr viele hier Äh, das Giveaway gewinnt Und zwar Gewinnt El Zecho Das ist also das Gesicht des Krieges So So Zecho, ich hab dir geschrieben Jawohl, schreib da Ich hab dir gerade geschrieben Schreib mir bitte mal deinen Namen Und deine Adresse zurück Hast du in der letzten Zeit schon mal was gewonnen John Morris Das Weiße War das das Weiße Kannst du mir bitte mal auf die Sprünge helfen Und Schreib mir bitte ob der Namen Adresse immer noch passt So Patrick Hau dir auch nochmal ein 16 Monate Resub raus Das ist natürlich auch äußerst freundlich So Warte mal Da geht's schon wieder weiter Ich will den töten Ich brauch dir die Punkte Wollte ich das jetzt Bekomme als Punkte Ich weiß es nicht Hm So Tag Komm erst zurück Wenn du die Tafel hast Ja Polemach Jo Er verlass Wir sehen uns in Chemnitz Sehr gut Passt rein Stentor schickt mich Er sagte Ihr hattet Probleme mit Spion Mir wäre ein Athena Spion lieber als ein spartanischer Verräter Ja das Weiße Okay Gut Dann schicke ich das auf jeden Fall demnächst raus Äh Weil dann kann ich das nicht gleich zusammenpacken Und dann hab ich schon mal eins Wieder verpackt Das ist echt komplizierte Scheiße Das klingt nicht wirklich nach einem Spartiaten oder Er könnte ein Betrüger sein Erst kürzlich wurden unsere Vorräte gestohlen Und in Megaris gibt es mehr Söldner als eine Ziege Flöhe hat Und welcher Spartiat würde Sparta verraten Ich finde ihn Und die Tafel So Ich bin bald zurück Wenn ich die Tafel habe Die Berge und der Wald von Megaris sind gefährlich Und er hat sicher nicht allein gehandelt Keine Sorge Ich kann es mit deinem Spion aufnehmen Jut Die verschwundene Karte Ach scheiße Du lauf ich so hin Lasagne Kannst wegbleiben Bleib weg Bleib weg Bleib weg Alles mit der Roma Du bist halt viel beschäftigt Ja aber Ich will ja jetzt nach und nach Die ganzen Giveaways verpacken Wenn ich denn eins schon mal Fertig habe Beziehungsweise Dann damit zwei Giveaways Schon fertig verschickt habe Dann bringt mir das ja auch was Das ist der Ding So Oh Wenn die Lasagne schon mal hier ist Wie auch immer die Lasagne den Berg aufgekommen ist Komm schon Dann holen wir uns den Wichser Moin ihr nünn Dann schießen wir uns beide mit Pfeilen in den Kopf oder was So Das war's Mit dir Wir fangen den Befreien Zur rechten Zeit Was Was willst du Wer bist du Ich bin derjenige der die Tafel zurückbringen würde Und du gestohlen hast Gib sie mir Ich werde nicht ohne die Tafel gehen In diesem Krieg gibt es keine Gewinner Aber es gibt Chancen Vielleicht Könnten wir uns einigen Ich denke nicht Du kannst abhauen Ich nehme die Tafel Naja Und wie könnten wir uns einig werden Ich nehme die Tafel und du darfst leben Nimm die Tafel Und dies Für deine Mühen Niemand weiß wer ich bin Es muss keine weiteren Toten geben Geh Und komm mir bloß nie wieder unter die Augen Das ist ja Ich bringe den Befehlshaber die Tafel zurück Das haben wir gut gelöst Was ist denn hier alles für Tiere Sag Geh Kitt Halt Wir sind Wächer Wir sind Gegner Komm schon Zwar ganz schön stark Aber Die können ich hier kriegen Nein Schnell 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 Nein Nein Komm Das ist aber ausnahmsweise jetzt mal eine Erklärung, warum ich hier einfach mal so in der Welt irgendwelche Leute töten sollte. Was ist jetzt hier auf dem Baum? Ups. Zack. Guck mal, unten rechts ist ja jetzt nämlich eine Staatsstärkeanzeige. Für jeden, den ich hier töte, das macht auch alles irgendwie Sinn. Das finde ich gar nicht so schlecht. In dem Fall für die jeweilige Seite, auf die ich mich schlage. Ich kann natürlich auch für die, für die Athener hier wahrscheinlich kämpfen. Aber, ja, ich kann sowas. Na ja, gerade so komisch läuft. Und guten Tag. Yo. Ich hab ihn geknümmert. Hier ist die Tafel. Du solltest in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Vielen Dank. Bis dann. Schau dir mal die beiden 300 Filme an. Hab ich? Wieso? Ich kenne die Filme. So. Dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Jetzt können wir speichern. Und dann... Haben wir doch für heute schon mal echt viel geschafft. Vier Stunden gestreamt. Bisschen mehr. Viertelstunden gestreamt. Fünf. Ähm. Wenn du Gnade mit Verrätern hast. Achso. Ja, Mensch. Ich bin halt netter. Was soll ich dazu sagen? Ich bin halt netter. So. Drei Stunden 41 ist jetzt meine Spielzeit. Naja. Guck doch mal. Ähm. Gut. Dann. Haben wir das erstmal für heute, Freunde. Der nächste Livestream ist möglicherweise morgen. Ich gehe nicht davon aus, aber es könnte nicht. Nein. Morgen ist kein Livestream. Morgen ist kein Livestream. Ähm. Der nächste Livestream ist am Montag. Oh. Nächste Woche ist meine große Woche. Der nächste Livestream ist am Montag. Dann am Dienstag. Dann am Donnerstag. Dann am Freitag. Und am Sonntag. Das heißt, nächste Woche gibt es fünf Livestreams. Also nächste Woche wird's krank, Freunde. Deswegen, äh. Kommt da gerne vorbei. Montag geht's weiter. Äh. Da spielen wir allerdings WWE 2K19 am Montag. Ähm. Und am Dienstag spielen wir wieder Assassin's Creed. Und am Donnerstag auch. Ne. Stimmt gar nicht. Ach. Am Montag spiele ich vielleicht mal Call of Duty. Oder doch wieder WWE. Ich kann. Richtet euch mal ein, dass ich am Montag WWE spiele. Am Dienstag Assassin's Creed. Am Donnerstag Call of Duty. Und am Freitag auch wieder Assassin's Creed. Und am Sonntag WWE. Das ist, glaub ich, ein guter Plan. Äh. Jut, Freunde. Das war's erstmal für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs so lange dranbleiben und wach bleiben. Freunde. Macht nicht mehr so dolle Haut rein. Und Tschüssi. Hm-hm. Hm. Wie? Wie? Vielen Dank.